Herzlich Willkommen! Die Kino-Tagesstätte hat eröffnet! Film ab! Grüßli und herzlich Willkommen, werte Freunde der gepflegten Rauta-Wissig, zur 65. Folge der Kino-Tagesstätte. Das heißt, nur noch 8 Wochen schlafen, bis die Wortwitzkasse aber sowas von geschröpft wird. Und bis es soweit ist, geht es heute um Drogenkonsum in Filmen. Und auch ein bisschen um Drogenkonsum im richtigen Leben, dessen Abbild der Film ja darstellt. Und irgendwie auch andersherum, wenn ich überlege, wie viele Leute ich kenne, die im Besitz einer weißen Jacke mit gelben Skorpione auf dem Rücken sind. Na gut, eigentlich nur einen. Und der war mein Queersheet, da hat ihn so ein völlig zu tapezierter, ernsthaft gefragt, ob es überhaupt als Dreier zählt, wenn man ihn mit nur zwei Halbgeschwistern hat. Aber, naja, kein Ding. Der war so weggedröhnt und Leuten oder Drogen, den vergibt man so gut wie alles. Und das Beste ist, in Deutschland darf man zwar als Arzt keine Werbung für Abtreibung machen, aber Werbung für Alkohol kein Problem. Und damit geht es sogar nach der 12. Woche. So verschwindet der Embryo, wie er entstanden ist, unter Alkoholeinfluss. Oder wie Homer Simpson mal sagte, Alkohol der Grund und die Lösung für all meine Probleme. In Großbritannien zum Beispiel gab es mal eine Umfrage, wie viele Leute regelmäßig und auch darüber hinaus alkoholische Getränke zu sich nehmen, bevor sie intim mit ihrem Partner werden. Es waren über 80 Prozent. Bei den anderen war es nicht nötig, denn die hatten wohl keinen Briten als Partner. Auch so eine schöne Nebenwirkung von Bier und Co. Das andere Geschlecht zieht einen selbst durch die rosé-rote Brille. Da braucht es häufig gar keine K.O.-Tropfen mehr. Und das Beste, es ist gesellschaftlich vollkommen anerkannt. Ach, die haben doch beide zu viel getrunken. Mach's doch nicht größer, als es war. Da frage ich mich schon, wieso auf dem Tetra-Pack Sangria nicht mit Sangria, wir machen aus jedem Nein an Geworben wird. Statt einem Alkohol gibt es jetzt in England aber ein Kopfballverbot im Fußballtraining bei unter Fünfjährigen. Irgendwie auch schade, denn worauf sollen jetzt die alkoholkranken Eltern die Kopfverletzung ihrer Kinder schieben? Und noch besser ist, wenn die Erziehungsschelle fest genug erfolgt, kann man die Backe ab sofort auch in Deutschland direkt mit dem Finger abdrücken und auf den neuen Perser abgleichen. Insgesamt jedoch bleibt es für mich schon erstaunlich, dass gerade Alkohol so beliebt ist. Weil evolutionsbiologisch würde es mehr Sinn ergeben, wenn Rauchen viel weniger verpünnt wäre oder Selbstamputation, denn wir haben zwei Beine und zwei Lungenflügel, aber nur eine Leber. Aber wer braucht schon eine zweite Leber, wenn man mit einer doppelten Moral gesegnet ist? Oder Marius? Hallo, genau, so ist es. Freut mich, dass du da bist zu deiner Folge. Ja, dankeschön. Ich sehe, du hast da schön was aufgefahren, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal begrüßen wir noch den Dritten im Bunde. Hallo Christian. Ahoi, ahoi. Und nach dieser Einleitung möchte ich doch gleich anfangen, mir die Birne zuzukippen. Das darfst du gerne tun. Und so wie ich das sehe, habt ihr auch einiges schon mal vorbereitet, wie es in schönen Kochsendungen heißt. Was habt ihr denn alles hier am Start? Möchtest du anfangen, Christian? Ja, na gut, wir haben hier ein Lindhof-Trocken-Jahrgang 2016, ein Bier, ein Eijänger, dunkles bayerisches Starkbier. Dann habe ich einen wunderschönen Obstgarten, ein Durstlöscherkräuterlikör und ein Glend-Else Elderberry plus Honey und dann habe ich noch ein Glend-Grant Single Malt Whisky, glaube ich. Alles dabei. Ich tue mich etwas klarer ausdrücken, und zwar habe ich drei Craft-Bier einer sehr kleinen, wunderschönen Brauerei in der Nähe von Mainz. Und zwar ist das einmal ein goldgelbes, feinwürziges, erfrischendes, hopfiges, süßbüßiges, helles. Einmal ein hopfengestopftes, ja, das steht tatsächlich hier, fruchtig-aromatisches, naturtrübes Pale Ale oder auch ein sonnengelbes, feinherbes, spritzig-frisches, süßbüßes, leuchtendes Pilz. Alle mit etwas mehr als 5 Promille und dazu noch zwei wunderschöne Wodka, beziehungsweise, nee, es ist gar kein Wodka, bin ich bescheuert, es ist der Uso. Nach meinem letzten Griechenbesuch habe ich den geschenkt bekommen, der muss weg. Und Benni, was hast du? Ich habe hier einen Löffel, eine Spritze und eine kleine Kerze bereitstehen. Wunderschön. Toll. Gut, ihr seht, es geht heute um Drogen und falls ihr denkt, oh Gott, die drei von der Kinotagestätte, die nehmen das alles jetzt so lustig locker hin und machen ihre Scherze drüber und trinken jetzt während der Folge. Apropos trinken während der Folge, wir fangen jetzt erstmal an. Prost. Ich fange mit dem Sekt, glaube ich, an. Keine Ahnung. Ich glaube, der macht das heute eh nicht alles leer, oder? Schauen wir mal, wie es läuft. Wie immer. Ich fange mit dem Pilz an. Ihr könnt ja nach der Folge noch weiter trinken. Ich möchte noch dazu sagen, dass ich tatsächlich hier nichts trinke, mich den gesellschaftlichen Druck nicht beuge. Spielverderber spielst. Aber lass es dir, liebe Zuhörerinnen, nicht angeraten oder weggeraten, ferngeraten sein, auch mit den beiden hier mitzutrinken. Da freuen wir uns bestimmt. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir nicht hier Schluck aufbekommen während der Aufnahme. Ja, oder durch die Gegend rüpsen. Oder ins Mikrofon kotzen, alles schon erleben. Dafür ist ja der Spuckschutz da vom Mikrofon, oder? Ach so. Bröcklchenschutz. Sehr gut. So, ich tue meinen Monolog von eben fortführen. Nein, es soll tatsächlich heute nicht nur um die lustigen und wahnwitzigen Seiten des Alkohols gehen, oder an sich von Drogen, sondern auch um die Kehrseite, beziehungsweise wie sie in Filmen dargestellt werden. Denn wir reden natürlich jetzt nicht aus Jux und Dollerei über Drogen, sondern im Zusammenhang mit Filmen. Und da schaue ich doch mal direkt auf das Skript, was hier steht als erstes. Und zwar Trinken. Abgehakt. Sehr schön. Und zwar haben wir so einen kleinen Aufhänger, würde ich sagen, warum wir das Ganze machen. Und zwar ein neuer Film, der rausgekommen ist, beziehungsweise er ist schon etwas älter, aber jetzt in Deutschland seit ein paar Wochen in den Lichtspielhäusern. Und zwar der Rausch von Thomas Winterberg, den Christian schon vor längerer Zeit gesehen hat und ich jetzt auch im Kino. Es geht um vier Lehrer aus Dänemark, die nach einer norwegischen Philosophie-Studie quasi beschließen, immer 0,5 Promille Alkohol im Blut zu haben, während sie arbeiten und tagsüber quasi und nachts und am Wochenende nicht. Das funktioniert so gut, dass sie auf die Idee kommen, das Pensum zu steigern und aus wissenschaftlichen Gründen zu schauen, was passiert. Und ich muss sagen, der Film hat mir extrem gut gefallen. Das liegt aus verschiedenen Gründen da. Erstmal finde ich, dass der die Seiten von Alkohol ziemlich gut beleuchtet, indem er sowohl das Positive, indem man einfach eine gute Zeit hat mit Freunden, was dann immer irgendwie im Zusammenhang mit Alkohol steht, die lockere Zunge, das gemütliche Beisammensein quasi sehr, sehr gut darstellt und das den Witz gut rüberbringt. Und andererseits natürlich die Gefahren des Alkohols sehr, sehr gut schildert, meiner Meinung nach, ohne den erhobenen Zeigefinger zu heben, sondern ziemlich drastisch, gleichzeitig und deutlich, zeitgleich etwas unterschwellig auch, zu zeigen, wie schnell man in eine Alkoholfalle oder an sich eine Suchtfalle tappen kann und wie schwer es ist, vielleicht auch für den Körper und für das Gehirn, dann noch zu unterscheiden, wann ich Alkohol brauche, wann nicht und wie das Ganze passiert. Da etwas Persönliches, und ich glaube, das trifft für alle zu, die in der näheren Umgebung jemanden kennen, der Alkoholprobleme hat oder hatte, gibt es verschiedene Szenen, die einen extrem mitnehmen und extrem real vorkommen. Also ich denke, jeder, der so ein Mitmenschen mal persönlich getroffen hat oder längere Zeit damit zu tun hatte, wird diesen Film vergöttern oder auch sehr schwer aushaltbar finden. Eins von beidem. Und dazu ein großartiges Ende, wie ich finde, in dem noch mehr aufgemacht wird, ein noch größeres Fass, wie der Alkohol an sich, sondern die Diskrepanz zwischen Jugend und Alter und deren Verantwortung im Leben unfassbar gut dargestellt wird. Ich bin verzückt von diesem Film. Er hat, wie ich finde, nur eine einzige Schwäche und das ist die zeitliche Darstellung von dem Ganzen. Das funktioniert nicht so ganz so viel. Aber von meiner Seite aus, Christian hat den vor längerer Zeit mal gesehen. Was ist denn so bei dir in den letzten Monaten hängen geblieben von Der Rausch? Mads Mikkelsen vor allem. Ja, der Mann performt natürlich wahnsinnig gut in dem Film. Wie er das alles darstellt. Ich meine, sie haben ja im Set auch meines Wissens nach nicht getrunken und trotzdem kommt es sehr glaubhaft rüber, wie sie da betrunken spielen, ohne gleichzeitig irgendwie zu overacten oder so weiter, sondern das ist sehr, sehr glaubhaft dargestellt. Ansonsten kann ich mich eigentlich dir völlig anschließen und vielleicht noch ergänzen, dass ich sehr interessant finde, wie teilweise die Dynamiken oder die Prozesse, die im Kopf stattfinden in Bezug auf Alkohol oder auch andere Drogen, da dargestellt werden. Ich fand es sehr schön, wie sie, als sie diese These, die eigentlich gar keine These ist, kann ich auch vielleicht auch nochmal erzählen, wie sie sich das schönreden, wie sie sagen, okay, ey, wir machen jetzt hier ein ernsthaftes Experiment draus. Wir schreiben das alles auf, wir protokollieren das alles komplett und Hemingway war ja auch so ein Typ, der hat ja auch morgens angefangen zu trinken, hat 19 Uhr aufgehört und war ja, ist ja zu kreativem Höchstleistung gekommen. Also dieses Schönreden, finde ich, bringt ihr auch wunderbar rüber. Und auch das nur angedeutet, weil das sonst in Spoiler-Gefälle kommen würde, diese vier Lehrer, die machen ja alle was Unterschiedliches. Der Martin ist Geschichtslehrer, einer ist Psychologielehrer, einer ist Musiklehrer und einer ist Sportlehrer. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich der Alkohol bei diesen drei Männern ankommt, nämlich die drei, die den Geist schulen, bei denen kommt der gut an, bei dem bewirkt er was Positives, bei dem der den Körper trainieren soll, weniger. Und das finde ich auch eine schöne Aussage in Bezug auf das, was Alkohol macht, mit unserem Geist und mit unserem Körper. Ich fand auch sehr schön die Szene, in dem er seine Klasse ja vorstellt oder an so ein Spielchen mit denen spielt und ihnen sozusagen drei Persönlichkeiten gibt oder erst mal nicht sagt, welche Persönlichkeiten, sondern so deren Charaktereigenschaften aufzählt. Also sagt, der hat schon dann und dann getrunken und der hatte Probleme mit Alkohol und sowas. Und dann eben eine dritte Persönlichkeit, die ab und zu mal ein Bierchen getrunken hat, aber sonst ziemlich alkoholfreilebt und auch küsstend als vegetarisch. Naja, und die anderen beiden waren halt, glaube ich, Roosevelt und Churchill. Und der, der sich gesund ernährt und gesund lebt, war Hitler. Naja, hat dann noch gefragt, wen ihr von denen als Staatsoberhaupt haben wollen würdet. Und das war natürlich der, der nicht raucht und der nicht trinkt und der sich gesund ernährt, ja. Genau, genau. Und das war dann sozusagen, aber auch für ihn sozusagen eine, eine Entschuldigung. Diese großen Persönlichkeiten haben alle getrunken und hatten Probleme und sonst was. Und sagt er sich so, für sich selber dann halt auch, das hat meine Persönlichkeit absolut nichts damit zu tun, wie ich trinke und was ich tue, sondern, äh, ja. Auch der, der gesundes lebendste Mensch kann ein riesengroßer Arschloch sein. Da ich den Film jetzt nicht gesehen habe, was sollt ihr denn die Studie überhaupt aussagen oder was wollen sie damit bezwecken, dass sie sich betrinken? Nee, das war ein Philosoph, der das gesagt hat. Und der hat gesagt, eben mit 0,5 Promille zu wenig geboren. Das ist so, bei einer typischen Männerrunde kommt das zur Sprache und, ähm, und dann denken sie, ja, kann man mal ausprobieren. Weil die alle, alle vier in so einer Midlife-Crisis stecken und den Job läuft's nicht und in der Beziehung läuft's nicht und dann stoßen sie da drauf und sagen sich, hey, der sagt, okay, dann wirst du lockerer, dann kommst du besser mit Menschen klar, dann kommst du besser im Job klar, hast größere Zufriedenheit, äh, lass uns das mal ausprobieren. Und direkt am ersten Tag läuft's halt supergut. Und dann ziehen sie es halt weiter durch. Ähm, da vielleicht... In der Faktion dann alle vier Personen, wie sie halt ihr Leben, leben mit 0,5, auch wenn ich noch nicht verstanden habe, warum sie am Wochenende nix trinken, aber ansonsten sieben die vier halt, wie sie trinken und ihr Leben leben. Ja, nur während des Jobs, nur tagsüber, genau. Genau, um Probleme halt mit der Familie und dem Beruf zu klären, mit dieser Taktik. Ich finde, er tut halt das komplette Spektrum des Alkohols fantastisch zusammenfassend. Es gibt auch Szenen, wo zum Beispiel einer der Lehrer, einen anderen Schüler rät, zur Abschlussprüfung vorher was zu trinken und sie sich noch später anbietet, damit er lockerer wird, weil er sich immer so, ja, sich immer bedenkt hält und nervös ist, genau. Und das finde ich auch gut, wie Alkohol zu Schwierigkeiten werden kann, wenn du die falschen Freunde hast, beziehungsweise Autoritätspersonen, die dich dazu bringen, dort reinzurutschen. Und da war auch das kollektive Kinopublikum so, ja, ungefähr mit der Reaktion. Aber ich möchte auch nochmal dazu sagen, der Film, wie ich finde, erhebt nicht den Zeigefinger. Obwohl dort krasse Dinge passieren, sagt er zu keiner Zeit, du sollst kein Alkohol trinken. Natürlich sagt er, du sollst nicht übermaß Alkohol trinken, das ist schlecht, das wäre auch blöd, wenn man das nicht machen würde, dann wäre es weltfremd. Aber er hat absolut nichts dagegen, wenn er sagt, trink Alkohol, er tut es ziemlich neutral darstellen. Trotzdem, wie gesagt, noch ein Problem mit der zeitlichen Darstellung. Es gibt beispielsweise einen Abend, wo sie sich komplett besaufen, komplett über Bord kippen und am nächsten Morgen ist die Reaktion der Familie extrem darauf. Also sie haben halt einen super Abend und landen irgendwie am nächsten Morgen dann in der Gosse oder kippen irgendwie vom Stuhl oder sonst was. Und die Reaktion darauf ist extrem negativ, was sehr komisch vorkommt einem. Man muss aber sehen, dieser Film spielt und wenn ihr ihn schaut, könnt ihr das im Hintergrund haben, über ein komplettes Schuljahr. Also die halten das länger durch wie nur ein paar Tage, sondern eben ein Jahr lang machen sie diese Studie in Anführungszeichen. Und da gibt es sich ein deutlich realistischeres Bild, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat. Wie würdest du denen reagieren, wenn deine Eltern besoffen in der Gosse irgendwo aufwachen würden? Weil der wäre jetzt auch nicht hier so begeistert gelaufen. Nee, natürlich nicht, aber weiß ich nicht, wenn mich mein Kumpel irgendwie morgens anruft und sagt, ey, ich liege hier irgendwo, kannst du mich mal abholen? Dann würde ich sagen, alter, gut, von mir aus. Ja, dein Kumpel, aber du hast jetzt gerade von den Familienmitgliedern gesprochen. Ja, okay, auch wenn es meine Freundin wäre und die halt mal besoffen nach Hause kommt, würde ich auch sagen, passiert. Also habe ich absolut kein Problem, wenn man sich halt mal komplett die Kante gibt. Kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber ich meine, mache ich auch mittlerweile seltener, aber früher jugendlicher war das zumindest bei uns standardmäßig so, dass man sich am Wochenende die Synapsen rausgeschossen hat. Man hat ja sonst nichts, aber die Personen, die da mitspielen, die sind ja alle über 40 vermutlich, wenn ich sagen, die 50. Und es wird halt umso kritischer auf der Konfliktebene, auf der grundlegenden Konfliktebene eben dadurch, dass sie Pädagogen sind und dass sie eben nicht nur am Wochenende trinken, sondern halt in ihrer Arbeit. Und ja, das macht diesen diesen grundlegenden Konflikt des Films umso herausfordernder für das Publikum, würde ich mal sagen, da irgendwie einerseits Sympathien für die zu hegen und Verständnis auf gewisser Weise, andererseits das aber auch moralisch total schlimm zu finden. Aber der Kniff ist ja, Martin, die Hauptfigur, siehst du am Anfang im Geschichtsunterricht, ist irgendwie total verpeilt, hat keine Motivation mehr und dann gibt es auch so eine Intervention von den Eltern, die sagen, ey, so geht das nicht, sie müssen hier mal irgendwie den Stoff ordentlich vermitteln und kaum macht er vor der Schulstunde, trägt er mal aus dem Flachmann einen Schluck und erholt sich diese 0,5 Promille, dann läuft es auf einmal. Also im Unterricht, wirklich er begeistert die Schülerinnen und Schüler, er vermittelt den Stoff wunderbar, es macht allen Spaß und bei den anderen läuft das auch super. Dieser Konflikt, dieses amoralische, moralische, was ist nun richtig und was gut, damit changiert der Film so wunderbar und steht, würde ich sagen, in einer Tradition auch mit, na gut, okay, die Jagd hat ein bisschen was anderes gemacht, aber ich sage mal, von den Fragen, die er aufwirft und in die Gefühlsweilungen, die er das Publikum versetzt, ist der da durchaus vergleichbar. Und auch eben nochmal diesen Kontrast darstellt zwischen Jugend und mittelalten Männern halt, die unweigerlich halt in der Midlife Privacy sind, das ist so offensichtlich und sozusagen auf der einen Seite ihre Familien haben, wo sie Verantwortung für übernehmen müssen und es aber nicht so gerecht auf die Reihe bekommen und jeden Tag, jeder Tag ist irgendwie ernst und gleichzeitig sind sie halt Lehrer und haben jeden Tag Schüler vor sich, für die, deren Lebensinhalt es ist, Party machen, saufen, Freude, Spaß haben und das Schlimmste, was denen passieren kann, ist, dass sie in der Prüfung durchfallen und da machen die sich halt die kompletten Sorgen. Also sie haben sozusagen jeden Tag vor sich Leute, die das Leben vor sich haben und genießen können und sie selber können es nicht und das macht der Film, glaube ich, auch sehr, sehr gut deutlich, wie geht ein erwachsener Mensch damit um, mit Verantwortung und mit dem Ernst des Lebens quasi, obwohl man ja eigentlich Bock hat auf Party und auf eine gute Zeit und man will nicht die ganze Zeit ernst in der Gegend rumlungern. Ich weiß nicht, Marius, ob es dir auch geht, ich habe mein Problem mit den zwei großen Plotpoints. Ich glaube, auf den zweiten können wir jetzt aus Spoilergründen nicht so wirklich eingehen, aber den ersten zumindest. Da hat mir der Film doch schon ein bisschen was abverlangt an Glaubwürdigkeit. Das ist die Stelle, wo sie eigentlich fast entdeckt werden, bis sie am Arbeitsplatz surfen und kurz danach sagen sie sich, okay, da geht noch mehr, lass uns höher gehen. Das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist jetzt sehr unglaubwürdig. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass das wieder so eine Kontrastdarstellung ist. Ich meine, was machen Kinder oder Jugendliche, wenn man sie irgendwie erwischt und sie irgendwie so nah drangekommen sind, erwischt zu werden bei irgendwas Bösem? Sie hören nicht unbedingt auf damit, sondern gehen sozusagen in die nächste Stufe und gucken mal, wie weit sie gehen können. Wenn sie halt in diesem Rausch sind, der deutsche Titel, egal ob ich mal was anderes gesagt habe, ist sehr gut gewählt. Und da könnte ich es soweit sehen, der zweite Plotpoint, meinst du wahrscheinlich, dass etwas passiert mit einer der Verlierer? Nee, nee, ich meinte eigentlich die Aussprache mit der Frau am Tisch. Ja, aber da müssen wir in dem Spoiler-Part wie gesagt, schwierig, das ist ja dachte durch Sechtern Nacht und da war ich auch erst mal so, what the fuck passiert hier gerade? Ich finde, man muss wirklich in diesem Film sehen, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber die zeitlichen Abstände macht der nicht gut klar. Das wirkt immer so, als wäre das ja irgendwie ein Tag nach dem anderen und man hat nur einen zeitlichen Kontrast dadurch, dass gerade irgendwie eine Jahreszeit wechselt ist oder dass jemand sagt, wie war Weihnachten oder sowas. Aber wirklich in der Story macht der das nicht klar. Das ist mein größter Kette. Für mich aber so, als hätte er das aus den Protagonisten herausgenommen, wenn du halt trinkst, hast du ja auch kein gutes Zeitgefühl mehr. Haben wir uns nach dem Kinoort drüber unterhalten, dass das vielleicht die Intention war, dass Trinken kein Zeitgefühl, ist trotzdem für den Zuschauer, der ja nüchtern ist, gut, ich habe ein Bier dabei getrunken, aber größtenteils nüchtern war wahrscheinlich ja etwas schwer danach. Vielleicht gewinnt der Film, ich will es nicht beschreien, wenn man Alkohol getrunken hat. Kann sein, vielleicht hört man auch danach auf Alkohol zu trinken. Naja, so nicht, wenn ich nur euch bei dir angucke. Aber wie viel Prozent ist denn da nicht so ganz für mich rausgekommen, was das jetzt hier für ein Genre ist, beziehungsweise es scheint ja eine Mischung aus Drama und Komödie zu sein. Die erste Halbzeit ist größtenteils Comedy und danach wird es immer dramatischer. Aber in sich würde ich sagen, es ist ein Sozialdrama. Ja, er schwankt zwischen Komödie, Satire und Drama. Weiß nicht, kann man noch, aber so würde ich das grob einordnen. Es ist schwierig, da irgendwie eine konkrete Genre Einordnung zu finden. Er macht aber etwas, was ich wie immer gut finde. Er trennt ganz klar zwischen Humor und Drama. Also in den dramatischen Szenen kommt dann nicht jemand um die Ecke und sagt, tschüss aufhören. Sonst schaut euch die eine Szene an, in der es eine Aussprache gibt zwischen zwei Freunden nach einer durchsächten Nacht. Jeder, der den Film gesehen hat, weiß genau, welche Szene ich meine, wahrscheinlich mit einem Charakter, der einen Hund hat. Diese Szene ist für mich eine der besten Szenen, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe, obwohl wir die Lieblings-Szenen-Folge ja schon hinter uns hatten. Zum Abschluss möchte ich noch mal kurz sagen, was das mit der Theorie auf sich hat, beziehungsweise das, was im Film zur Theorie erhoben wird. Das ist nämlich gar nicht so. Also der Finn Skörderud, dieser norwegische Psychiater, der da genannt wird, den gibt es tatsächlich. Aber er ist halt vor allem Psychotherapeut unter anderem, auch für alkoholkranke Menschen. Und er hat gar nicht diese Theorie aufgestellt, sondern das Ganze stammt aus einem Vorwort zu einem Buch aus dem 19. Jahrhundert, die psychologischen Auswirkungen von Wein. Und da hat er bloß geschrieben, bei 0,5 Promille fühlen wir uns so, oder bekommen wir die Überzeugung, dass wir mit diesem Defizit geboren wurden. Und verneint das dann aber direkt im nächsten Absatz dieses Vorwortes. Aber auch das finde ich sehr schön, dass das macht so diese selektive Wahrnehmung deutlich, die wir in Bezug auf solche Substanzen manchmal haben. Wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn es um Drogen geht, um Rauchen oder sowas, dann nehmen wir ja gerne mal, wenn sowas negative Auswirkungen hat auf uns, die negativen Konsequenzen, blenden wir so ein bisschen aus und sagen, okay, ja, aber es hat die und die Vorteile. Und das macht es dann ganz, dieser Film entweder bewusster, unbewusst, spiegelt er das sehr schön wieder. Wobei das ja häufig ist, dass Zitate, ob sie jetzt wieder nutzen, nur 10 Prozent unseres Gehirns, missverstanden, weitergetragen und als Film ihnen halt dann genutzt werden. Also das ist jetzt ja nichts ganz so Neues. Aber klar, es ist natürlich schon richtig, gerade Alkohol hat ja durchaus einige Nebenwirkungen, werden sie auch erst am nächsten Morgen auftreten sollen. Und bei dem einen oder anderen, bei manchen auch, schon durch Gewalttätigkeit oder so am direkten Abend, man kennt es ja. Ja, da wäre doch meine Frage direkt mal, man kennt es ja. Zur kurzen Ablauf der Folge, das haben wir jetzt als Aufhänger genommen, wir machen auch gleich direkt mit Alkohol weiter, werden aber natürlich noch über andere Drogensorten sprechen. Und zwar werden wir es folgendermaßen ordnen. Ich habe mal in unser internes Skript geschrieben nach, wie habe ich es genau genannt? Härtekrat? Härtekrat. Härtekrat. Ja, ungefähr sowas in der Art, ja. Genau, oder gesellschaftliche Akzeptanz, könnte man das auch sagen. Also, nimmt es nicht so übel, wenn ihr jetzt sagt, was, diese Droge ist furchtbar gefährlich, wie könnt ihr damit in der Mitte der Folge reden? Cooldown. Nehmt es nicht so ernst, diese Reihenfolge, die jetzt kommt. Wir fangen nämlich an mit, weil wir dabei sind, Alkohol. Und da hat nochmal meine Frage, wie oft trinkt ihr Alkohol? Offene Frage, es tut mir leid, mein Gott. Ich trinke jetzt ein Bier und Benni antwortet. Ich habe schon ewig kein Alkohol mehr getrunken, was vermutlich Corona geschuldet ist. Und das ist ein Gesellschaftstrinker? Ich, also ich alleine habe ich, ich habe ein einziges Mal mit meinem Leben alleine getrunken, um auf den Stand der anderen, die schon beim Vordringen waren, zu kommen. Aber ansonsten trinke ich nicht, also trinke ich nicht alleine. Ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfreund von alkoholischen Getränken, von, also Bier und Wein, also Wein sowieso nicht, Wein lasst sein, vom Geschmack her jetzt gar nicht. Also ja, schon eher Gesellschaftstrinker. Klar, wenn es mal irgendwo hingeht, trinkt man dann schon was mit. Und wie hast du es vorgenannt, das Nicht-Kult-Getränk, Gin, Tonic, bin ich durchaus ein guter Freund. Hier steht sogar noch einer rum in einer blauen Flasche, keiner wissen, was es ist. Und einen schönen Asbach-Uhrhalt habe ich auch noch stehen, den ich allerdings dann mit Cola mischen, zum Beispiel. Aber wie gesagt, eher selten vielleicht, wenn es hochkommt, einmal die Woche, in guten Zeiten. Und bei Christian? Also ich hatte eine Zeit lang, hatte ich eine sehr lange Phase, in der ich einmal die Woche Alkohol nur getrunken habe. Das war die Phase, in der ich Gewicht verlieren wollte und da ist Alkoholreduktion ein sehr gutes Mittel, um das zu verstärken. Inzwischen hat sich das ein bisschen aufgeweicht. Ich trinke aber im Wesentlichen auch bloß in Gesellschaft oder keine Ahnung, wenn ich mal irgendwo bei einer Veranstaltung bin, dann wird mal ein Radler getrunken. Das kann dann schwanken. Zählen Radler zu Alkohol. Es ist Alkohol drin. Also es ist Alkohol, ja, so nach harter Definition, ja. Manchmal werden es dann noch mehr Radler, aber es schwankt zwischen nullmal die Woche und dreimal die Woche, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Anders wie man vielleicht von mir denken könnte durch diverse Folgen, trinke ich nie alleine. Also das kommt nie vor. Ich habe quasi kein Alkohol in einem Haus, außer wenn Besuch da ist, habe ich Gin hier und müsste dann Tonic noch kaufen sogar und ein paar Bitburger immer im Kühlschrank. Eine Notreserve muss immer da sein, das ist ja ganz klar. Sonst trinke ich tatsächlich auch nur mit anderen Menschen zusammen. In Corona-Zeiten war das dann ab und zu, weil wenn man halt einen lustigen Online-Abend hatte, dann Bier dazu getrunken oder in gesellschaftlicher Runde. Das ist ja mittlerweile möglich. Mittlerweile versuche ich, selbst wenn ich mehr trinken sollte, immer am Eingetränk zu bleiben, was dann, man könnte es ahnen, Bier isst. Aber auch Wein bin ich nicht abgeneigt. Gerade durch meine gastronomische Ausbildung habe ich Wein gut kennengelernt. Kleine Anekdote dazu, wie gesellschaftlich Alkohol anerkannt ist. In der Berufsschule haben wir Alkohol getrunken. Also mussten, quasi Alkohol trinken. Man konnte es natürlich ablehnen. Welcher 16, 17, 18-Jährige macht das? Das heißt, wir haben wirklich in der Berufsschule um 9 Uhr morgens Rotwein probiert, Weißwein probiert, Cocktails gemischt und sonst was. Natürlich immer nur kleine Schlücke. Klar, natürlich. Aber nur mal so nebenbei. Man muss ja kennen, was man verkauft. Ich gucke mal Weißwein nicht wieder aus bei der Probe. Kann man machen, ja. Aber man kann zuschlucken, je nachdem. Ob er gut schmeckt. Du hast natürlich recht, wenn du auf einem Weinrichtigen Weintasting bist, aus beruflichen Gründen und da 50 Weine trinkst oder sowas, dann musst du ausspucken. Klar, sonst wirst du ja wahnsinnig. So ein Ding der Neuter, diese Weintastings, wo die Leute sich ja auch nur schön zulaufen lassen und dann erzählen, ja, wir haben ganz stilvoll ein Weintasting gemacht. Aber kriegt man da den, kriegt man den Geschmack des Weins überhaupt mit, wenn man ihn nicht runterschluckt? Weil der hat doch auch so ein Aroma im Rachen oder nicht? Oder im hinteren Gaumen? Nee. Der wichtigste Geschmack von Wein, damit du die einzelnen Nuancen rausschmecken kannst, hast du im Gaumen dann. Okay, aber ich stelle jetzt mal die große Frage, wie haltet es denn mit alkoholfreiem Bier? Weil das, ist was, also ich mag halt eigentlich den Geschmack von Bier und bin jetzt, also schon seit Jahren trinke ich zumindest jeden Abend mein alkoholfreies Bier. Sorry, der Uso war furchtbar. Also, ich bin kein Fan von alkoholfreiem Bier. Obwohl ich das Bitburger alkoholfrei ganz okay finde. Andere Bier sollten trinke ich nicht, falls jemand fragt. Also, seien es ist Craft Beer. Und, was war die Frage? Du hast es schon beantwortet. Alkoholfreies Bier? Genau, nee, aber ich würde auch sagen, alkoholfreies Weizen finde ich geil. Wenn du richtig Durst hast und irgendwas richtig für einen Durst braucht, ist ein alkoholfreies Weizen liebe ich. Finde ich toll. Das klingt ja schon so ein bisschen wie das Pflaster, wenn man von Zigaretten loskommen werden will. Ja, alkoholfreies Bier. Wenn, dann würde ich lieber direkt zu einem guten Kammermalz greifen oder zu mir ist noch eine Vita-Malz. Da habe ich, da sind meine Umami-Geschmacksknospen, aber sowas von gereizt im Mund, wenn ich das trinke. Alkoholfreies Bier muss jetzt nicht unbedingt sein, obwohl es natürlich isotonisch nach dem Sport gut sein soll. Aber beim Abnehmen hilft es glaube ich auch nicht, Christian, wenn du dir ein alkoholfreies Weizen reinpfeierst. Nee, ich trinke tatsächlich das alkoholfreie Bitburger sehr gern. Aber ich merke schon, wir sind anscheinend nicht nur im Filmgeschmack sehr unterschiedlich, sondern auch den Geschmack von Getränken sehr unterschiedlich. Aber wir kommen wieder zum Film zurück. Und zwar die Darstellung von Alkohol. Und da einfach mal in die Runde, seid ihr zufrieden so allgemein, was Filme angeht? ich würde mal sagen, größtenteils wird ja Alkohol als positiv dargestellt, ist so meine Erfahrung nach, höchstens der Morgen danach wird negativ dargestellt. Ich sage, du hast jetzt ein schweres Drama über den Alkoholiker, das lassen wir mal raus. Ich meine jetzt so ganz allgemein im Mainstream. Ja gut, wenn du alles rauslässt, was negativ dargestellt wird, wird dann natürlich positiv dargestellt. Nein, ich meine jetzt allgemein in Filmen. Ja, du hast gesagt, du lässt das Drama raus. Nein, ich lasse das schwere Alkoholiker-Drama raus. Also explizit, wenn es um Alkohol geht, lasse ich raus. Ich meine jetzt einfach in einem Western, wenn dort ein Whisky getrunken wird, in einem Partyfilm, wenn sich dort komplett zugesoffen wird, in einem Drama, wenn ja die Frau sagt, ach komm, ich trinke mal einen Wein. Auch super Szene bei der Rausch. Solche Sachen. Seid ihr damit okay? Oder fragt ihr euch manchmal schon so, ey, warum trinken die eigentlich die ganze Zeit Alkohol? Und sollte das irgendwie kenntlich gemacht werden? Oder sollte das irgendwie eine 16-Jahre-Abstufung schon geben, sobald Alkohol im Spiel ist? Nö und nö. Mir fällt es eigentlich bloß negativ auf, wenn das Product Placement so wahnsinnig offensichtlich ist, wie bei Fast and Furious. Benni, du hast ja jetzt den neunten gesehen. Da musst du dann am Ende auch nochmal das offensichtliche mit dem Corona kommen. Das ist ja eh schon seit mehreren Teilen Standard. Da sind ja im ersten sogar, ne? Im ersten schon. Ich glaube, im ersten kam das auch schon vor. Ne, also, ich bin da auf keinen Fall jemand, der mit dem Zweigefinger rangeht und sagt, na na na, so geht das aber nicht. Wenn schon Alkohol, dann muss es aber auch möglichst schlimm dargestellt werden. Oder noch im besten Fall gar kein Alkohol, der da konsumiert wird. Und auch keine Zigaretten, die geraucht werden. Das muss alles ganz clean sein und ganz verantwortungsvoll, wie dort die Gesellschaft dargestellt wird und die Menschen. Ich meine, es ist ja auch ganz simpel gesprochen ein Teil der gesellschaftlichen Realität, die dort dargestellt wird oder abgebildet wird, wenn Menschen Alkohol trinken oder Zigaretten rauchen. Ja, das ist halt immer so, wie gesagt, will ein Film die Gesellschaft widerspiegeln oder soll ein Film zeigen, wie die Gesellschaft im besten Fall wäre. Und ich bin da auch eher im ersten Fall. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, aber ich glaube, das liegt eher an dem Film, den ich so gucke. Also den meisten ist es tatsächlich der Fall, dass eher lustig dargestellt wird. Es gibt ja so Sachen wie, auch wenn ihr nach wie vor nicht gesehen habt, die Other Guys oder die etwas anderen Cops, wo dann das typische Freeze Frame, sie trinken Alkohol, alles um sie herum, Lachtanz schwankt und solche Montagen, wie man eben Alkohol zu sich nimmt. Oder ich meine, wir haben ja im Fluch der Karibik einen lustigen Piraten, der die ganze Zeit nur am Rumtrinken ist und deswegen so charismatisch ist, wie er dargestellt wird. Und selbst in eigentlich jeder Rumcom trinken sie erstmal ein Glas Wein oder eine Flasche Wein. Also erstmal ein Glas Wein, wenn sie sich treffen und dann, wenn es nicht mehr läuft, trinkt sie mit ihrer Freundin eine Flasche Wein. So ist so meistens die Gangart des Ganzen und es sind tatsächlich Filme, wo Alkoholkonsum negativ dargestellt wird, wie jetzt zum Beispiel der goldene Handschuh, da ist meistens der Alkohol auch so ein kleines Plottelement. Also da hast du natürlich schon einen Punkt getroffen, Marius. Da wollte ich auch noch drauf hinaus auf den goldenen Handschuh. Das unterstützt nämlich meinen Punkt, dass ich gar nicht möchte, dass Alkohol immer negativ dargestellt wird oder ein bisschen weggelassen wird oder sonst was. Weil erstens, ich habe schon richtig gesagt, ist das komplett realitätsnähe von erwachsenen Menschen einfach gleich, dass man regelmäßig Alkohol trinkt und wenn du nicht sowieso einen Film bist, der irgendwie Moralkeule um dich wirft, dann brauchst du da jetzt auch nicht anzufangen. Außerdem hat Alkohol, das muss man einfach so sagen, gute Seiten. In Maßen getrunken kann man da oder auch in Übermaßen bis zu einem bestimmten Punkt kann man mit Alkohol und Freunden am besten Fall extrem viel Spaß haben und das unterstützt natürlich, wie es ja unter Rausch auch richtig gesagt wird, ist hier nun mal so, es lockert dieses Junge, es macht einen Befreiheit da, es ist da die Frage, wie seid ihr besoffen? Wo kommt denn das jetzt? Das wollte ich jetzt, das hatte ich gerade in meinen Gedanken und das muss jetzt gerade raus. So in zwei Worte, Christian? Ich glaube, er ist anfangs sehr redselig und dann irgendwann sehr verschwiegen, weil es dann irgendwann anstrengend wird zu sprechen. Übermütig, wahrscheinlich für jeder, oder? Also, ich würde schon dem zustimmen, der Theorie, dass Alkohol die wesentlichen Züge eines Menschen nur verstärkt. Deswegen würde ich auf jeden Fall nicht sagen, dass da jeder identisch reagiert. also es gibt ja welche, die da wirklich sehr aggressiv werden, wenn sie Alkohol getrunken haben. Das sind Leute, mit denen ich dann irgendwann nicht mehr in die Diskothek gegangen bin, weil dann jedes Mal irgendwann war. Dann gibt es natürlich die Lustigen, da würde ich mich wahrscheinlich eher dazu zählen, die dann plötzlich noch mehr Scheiße labern als ich schon davor. Ach, umso schade, dass du nicht mitmachst heute hier. Na gut, wenn ich zu viel trinke, dann kommen dann eher die traurigen Züge raus und ich habe so die Angewohnheit, dass ich nach Hause gehe, wenn ich zu viel getrunken habe. Also mich zieht es irgendwie nach Hause. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich auch schon mal vom Kumpel, der vier Kilometer von mir weggewohnt hat, bin ich dann nach Hause gejoggt. Mitten in der Nacht, obwohl sie noch am Feiern waren, weil ich dann einfach zu viel getrunken hatte. Ja, Joggen im betrunkenen Zustand ist effektiver als Laufen, weil man dann das Schwanken so ein bisschen ausgleichen kann besser, ne? Ich gehe aber auch sehr gerne zu Fuß nach Hause, einfach weil man auf dem Weg schon mal ein bisschen nüchterner wird. Aber noch um meine Sache kurz zu fassen, eigentlich geht es ja um Filme. Und zwar, ja, ich werde auch meistens relativ lustig, beziehungsweise für alle anderen, die mittrinken, werde ich lustig, wahrscheinlich für alle nüchtern, wahrscheinlich relativ nervig, weil ich auch alle anderen dazu bringen will, mit mir dann zu trinken. Und noch, noch einer geht noch, einer geht noch, so werde ich dann und mache auch Dinge, die ich sonst nie machen würde, wie zum Beispiel tanzen oder sonst was, singen. Da sagst du das, ich glaube für Nichttrinker, sind Trinker in der Regel eher nervig und die will man nicht unbedingt um sich herum. Ja gut, jeder war wahrscheinlich mal Fahrer in irgendeiner Situation und hat das dann schon mal erlebt und kann sehr, sehr nervig sein. Aber nochmal zurück zu dem Film und auf den Punkt, den ich hinaus wollte und zwar, was ist passiert, wenn der Film versucht, denn Alkohol negativ darzustellen? Dann gibt es für mich immer nur zwei Auswege. Entweder man macht das übertrieben, wie der goldene Handschuh, der Fritz Honka darstellt, wenn er betrunken ist, als die größte Sau, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Das ist ja auch vollkommen okay, das ist er ja auch, aber nüchtern, als der größte Engel und die netteste Person überhaupt und er hat keine Probleme und kriegt sein Leben in Reihe und ist nett zu Frauen und sonst was. Diese Diskrepanz ist viel zu übertrieben in der goldene Handschuh. So passiert das ab und zu mal und natürlich größtenteils, wenn jemand versucht, negativ darzustellen, wie Alkohol ist, indem er den Kater zeigt und das finde ich immer so die lameste Art. Ja, aber der Kater gehört dazu und das ist natürlich die negative Begleiteigenschaft, wenn du Alkohol zu dir nimmst. Ja, aber also gerade bei erwachsenen Menschen finde ich das, also klar, wenn jetzt irgendwelche jugendlichen Sites super toll, aber gerade erwachsene Menschen, zumindest viele, die ich kenne, haben ihren Kater mittlerweile schon häufiger im Griff, einfach weil sie wissen, was sie vertragen und was nicht. Also ich habe deutlich weniger Kater als früher. Okay, wer hat es Wert mal über 30, dann redet nur weiter. Ja gut, das kann sein. Ja gut, das allgemeine Aufstehen morgens, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Gut, ja das haben wir jetzt so ein bisschen festgestellt. Aber wie hättest du denn gerne die negative Darstellung in Filmen von Alkohol? Ja ich will, es ist natürlich schwierig, also an sich, ich würde tatsächlich positive Darstellung von Alkohol aus Kinderfilmen untersagen, weil meiner Meinung nach ist wirklich Kinder, also Alkohol ist für mich eine der Drogen, die in Deutschland und größtenteils der westlichen Welt viel zu verharmlost wird. Also es wird viel zu lapidar aufgestellt damit und es ist komplett gesellschaftlich akzeptiert, obwohl dort Existenzen zugrunde gehen, obwohl das Arsch teuer fürs Gesundheitssystem ist, obwohl und so weiter und so fort. Ich finde das viel zu untertrieben und das sollte sich im Film irgendwie darstellen und gerade im Kinderfilm, wie du jetzt zum Beispiel sagst, gut, Flugtag der Karibik ab zwölf, ne? Ja okay. Klappe Hangover, Flugtag der Karibik, super bad. Wenn Lucky Luke nicht rauchen darf, dann darf er auch nicht trinken. Punkt. Lucky Luke nicht rauchen? Der tut doch mittlerweile so einen Strohhalm. Okay, ja okay. Ja, aber was für Kinder für mich wird denn jetzt groß getrunken? Ich meine, meistens gibt es den Zaubertrank, aber... Nee, die machen am Ende auch ein Fest und trinken ihre Civis hier. Oder Asterix bei den Prippen besaufen sie sich auch alle. Aber das ist ja alles auch kein Plottelement, wo die Kinder das irgendwie mitkriegen würden, dass es jetzt explizit um Alkohol geht. Bei den ganzen Filmen, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, da ist jetzt kein Elvis-K6-Film dabei. Nimm das Beispiel Asterix bei den Briten. Es gibt eine Szene, wo die Weinfesser testen und dann besaufen sie sich alle und sind super lustig und Obelix besäuft sich dort und alles das Ganze. Ist eine super lustige Szene. Aber als Kind vermittelt, dass Alkohol macht Spaß, alle werden super lustig, alle haben Freude, nichts passiert. Gut, Osterix hat dann für zwei Minuten Kopfschmerzen am Ende danach. Ja, dann nippen sie zum ersten Mal am Bier und sagen, ich trinke nie wieder Alkohol. Ja gut, bei uns war das eher so, verdammt, es schmeckt ekelhaft. Was sagt mein Kumpel? Oh, ihm schmeckt es gut, dann muss es mir jetzt auch gut schmecken. Wir waren elf oder zwölf. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, diese Diskussion über Alkohol im Film bloß darauf runterzubrechen, wird es jetzt gut oder schlecht dargestellt. Ich meine, Alkohol im Film kann unfassbar viel machen in der Darstellung der Figuren. Alleine, was jemand trinkt, ob er Bier trinkt, ob er ein Martini trinkt wie James Bond, ob er ein Sekt trinkt, ein Wein, das sagt schon ganz, ganz viel über den Charakter der Figur aus, um die es geht. Und ich finde, vor allem ist es ein sehr effektiver sozialer Katalysator. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal Der Gott des Gemetzels geguckt und da fangen sie dann ja auch in der zweiten Hälfte an zu trinken und ab dem Moment wird das Gespräch auf einmal viel, viel offener oder viel, viel ehrlicher und das finde ich, fand ich so bemerkenswert an diesem Film, dass es ab dem Moment passiert, wo die anfangen zu trinken oder auch, was hat man noch für ein Beispiel, Django Unchained. Dr. King Schulz und Django, der erste Zwischenstopp, den sie machen, ist in einer Bar und sie trinken zusammen ein Bier und Django, das ist der Geschmack von Freiheit, den er da quasi spürt und gleichzeitig ist so ein Bonding, so Gemeinschaftlichkeit, die zwischen beiden entsteht in diesem Moment. Aber da sind wir ja bei Filmen für Erwachsene. Dagegen habe ich ja absolut nichts, weil Erwachsene, denen muss ich zutrauen, dass sie das klar sehen können beziehungsweise, dass sie das unterscheiden können. Django Unchained ist ab 16, oder? Ja, oder ab 16, ich bin jetzt wirklich bei Filmen ab 6, solche Sachen. Schon bei 12 würde ich sagen, kein Problem. Aber wirklich für Kinder finde ich, ich finde es problematisch. Also da musst du mir aber schon ein besseres Beispiel liefern als einen 20 Jahre alten Asterix-Film. Der ist bestimmt schon 40 Jahre alt. Noch mehr. Es kann auch sein, dass sich das mittlerweile gebessert hat bei Kinderfilmen. Das möchte ich gar nicht so sagen. Ich wüsste keinen Film für Kinder, der dem irgendwie Alkohol verherrlicht wird. Und selbst wenn, also Alkohol ist ja oftmals dann auch, Benni hat es ja schon angedeutet, auch ein Vehikel, wenn es jetzt nicht gerade um Alkoholsucht geht, um ein komödiantisches Moment einzuleiten. Jemand betrinkt sich, dann torkelt er rum. Das ist albern, das ist lustig. Das ist ja so gerade so in sehr vielen US-Komöden, würde ich jetzt mal sagen, ist das gang und gäbe, dass da irgendwann mal ein Rausch, ein Absturz stattfindet und wir lachen dann sehr drüber. Und ich weiß nicht, ob das dann für Kinder unbedingt erstrebenswert ist, wenn eine Figur so der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Also ob diese Überzeugung ist, ha, das ist lustig, dass es nachahmenswert ist, also diese Verbindung, sondern das ist lustig, aber irgendwie auch abstoßend. Okay, sind wir unterschiedlicher Meinung? Ist ja kein Problem. Wie gesagt, ich würde es, naja, was heißt verbieten? Das ist auch immer zu hart, aber ich weiß auch nicht, wie es bei aktuellen Kinderfilmen ist natürlich. Kann sein, du hast absolut recht, Astrid ist 40 Jahre alt, da war der Bezug zu Alkohol und zu manchen anderen Themen noch komplett anders, dass es heute irgendwie anders ist und es wahrscheinlich vielleicht schon so Regularen gibt, die verbieten, dass Alkohol positiv dargestellt werden kann. Filmen für Kinder. Ich weiß ja nicht, ob die USK dann halt irgendwie eingreift und sagt, hier, das machen wir mal ab 12 oder ab 16 lieber statt ab 6. Nachdem ja kein Oasen damals zuerst ab 6 vorangegeben würde, wage ich das mal zu bezweifeln. Aber da habe ich jetzt natürlich auch kein besser, was? Da hat doch bestimmt der Schweiger ein bisschen Schmiergeld fließen lassen. Nee, der war dann auch dafür, dass er ab 12 freigeben wird, das wurde ja auch im Nachhinein geändert. Nur ich sehe es jetzt, also was heißt denn positiv? Also ich finde, es gibt eine Droge, die wesentlich positiver und cooler dargestellt wird als Alkohol in letzter Zeit und das ist Marihuana. Also da finde ich, dass Alkohol, in der Regel werden ja die negativen Seiten auch so ein bisschen dargestellt, ob es jetzt Filmrisse sind, ob es der Kater ist, ob es, dass man sich seltsam verhält. Ich meine, es ist nicht jeder Film Drunken Master, wo man dann wie Jackie Chan unter Alkohlanfluss der beste Kämpfer wird. Ja, das ist auch nochmal die übertriebene Form. Nee, ich meine mit schlechten Eigenschaften gar nicht, die schlimmste Eigenschaft von Alkohol ist nicht der Kater oder sonst was oder dass du die Simnaz zum Weg schießt und ein paar Gehirnzellen verlierst. Das ist vernachlässigbar. Nicht vernachlässigbar ist die Suchtgefahr, die bei Alkohol halt größer ist, als wahrscheinlich die meisten Leute denken einfach. Und die wird mir damit allgemein zu lapidar umgegangen. In Medien, würde ich mal jetzt einfach so sagen. Wie man es besser machen kann. Naja, aber da, du musst dir, das ist halt so die Frage, willst du den Kunden, den Zuschauern da was zumuten? Gerade bei Kinderfilmen kannst du natürlich sagen, das sind Kinder, aber dann andererseits wieder, ja, dann gucken, sollen die Eltern das mit denen angucken und mit denen dann darüber sprechen. Ja, das kannst du aber immer sagen, dass die Eltern in der Verantwortung sind und da kannst du das Kind ja nie vor dem Fernseher abschieben. aber am Feit, am Feit klappt, wollte ich jetzt schon sagen, Flutter Karibik fand ich dann ein sehr gutes Beispiel von dir. Benni, das ist ja, ich meine, Jack Sparrow ist ja im Prinzip dauerbesoffen und will auch die ganze Zeit rumhaben und das macht ihn irgendwie, gerade das macht ihn ja zu so sympathischen, liebenswerten Figur. Also, in der Art, das ist vielleicht schon ein bisschen fragwürdig, aber ich meine, wie gesagt, Kinder kriegen ja auch mit, dass ihre Eltern trinken und wissen dann gleichzeitig, okay, das ist vielleicht noch nichts für meinen Alter, klar, dann probiert man es mal. Ich meine, wer hat denn nicht eigentlich mal mit wahrscheinlich schon 13 oder 14 Jahren mal an einem Bier genippt oder irgendwie versucht, weil dann irgendwie, naja, ist ja nicht so schlimm, hier, probier mal, der Papa gesagt hat. Aber wenn es jetzt um Sucht und Verharmlosung von Sucht geht, da weiß ich nicht, da müsste man dann wieder eine Definition, was ist Sucht? Ist es schon Sucht, wenn es einfach meine Gewohnheit ist, jeden Abend ein Bier zu trinken? Ja, ich würde sagen, ja, andererseits kenne ich, also im Film müsste das ja auch irgendwie dargestellt werden, dass sie jederzeit oder den ganzen Tag trinken. Brauchst du ja nicht, wenn einfach kein Alkohol dargestellt wird. Bei Kinderfühlen. Wir sehen das bei Kinderfühlen. Ja, es ist ja schon unterschiedlich, ob es in einer Szene ein bisschen was trinken und da, was daraus entsteht oder ob man in Filmen sieht, wie jemand jeden Tag trinkt und nur unter Alkohol dann lustig drauf ist. Also, das sehe ich dann schon nochmal einen Unterschied. Klar, ich bin kein Kind mehr, aber, weiß ich nicht, ich könnte ja mal sagen, man einen ersten Rausch hatte. Ich war damit elf Jahre alt, aber ich glaube, das kam nicht von den Filmen her, sondern auch nur, weil ich, es lag halt an den Freunden und ich glaube auch nicht, dass es die von irgendwelchen Filmen sind. Also, ich würde sagen, tatsächlich, dass Medien, natürlich auch das reale Leben, ist ganz klar, wenn man den Eltern oder sonstige Leute beim Trinken zugesehen hat und die wurden locker und sowas, das hat natürlich Einfluss. Aber, ich würde schon sagen, dass Medien da einen Einfluss hatten auf mich, dass ich relativ schnell mal ein Bier ausprobieren wollte oder mal, natürlich war das auch der Reiz des Verbotenen, klar, das ist mal eine Mischung. Aber ich glaube, die Medien hatten schon Einfluss darauf, dass man so früh wie möglich irgendwie mal Alkohol probiert oder auch mal versucht, mehr zu trinken. Aber damals gab es ja auch, es wäre viel Bierwerbung, gibt es heutzutage immer noch im Gegensatz zu Zigarettenwerbung. Da kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen. Also, ich glaube, Alkohol ist halt eher omnipräsent und ist halt so gesellschaftlich relevant, vor allen Dingen in Deutschland, dass es halt nicht mehr wirklich schwierig dargestellt wird, wenn dann das Kiffen mit Brokkoli verglichen wird und am nächsten Tag sitzt man dann beim Oktoberfest beim Bieranstich und schnabbelt sich zwei Maß rein. Das ist dann kein Problem. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, Alkohol hat sehr hohes Gefahrenpotenzial, Suchtpotenzial, was häufig unter den Tisch gekehrt wird. Nur würde mir eben auch kein Kinderfilm einfallen, wo ich jetzt sagen würde, okay, da ist die Darstellung des Alkohols schwierig. Mir fallen mehrere ein, aber die sind alle zu alt. Ich bin auch überlegen, irgendwas Neueres. Aber es ist tatsächlich schwierig. Ab wann sind die Simpsons? Ab zwölf, ne? Glaubt nicht, aber... Ja gut, der läuft, ja gut mit Barney. Aber die liegen dann halt auch mal irgendwie am nächsten Tag rum oder demolieren die ganze Schule, wenn sie mit dem Auto da rumfahren und finden das Auto dann nicht mehr, war ja in einer Folge der Fall. Aber ich würde sagen, der Einfluss der Peergroup, wie es, glaube ich, in der Sozialforschung heißt, also des unmittelbaren Umfelds deiner Freunde, deiner Eltern, ist in der Hinsicht, auf was die Normalität oder Normalisierung von Alkohol betrifft, ist um ein so vielfaches höher als der Einfluss von Filmen, dass ich da bei Filmen nicht das Problem sehe, ganz ehrlich. Ja, aber das ist dann auch immer so, ja gut, es hat einen kleinen Einfluss, dann ist es ja egal. Deutschland hat einen kleinen Einfluss auf den Klimawandel, sind ja nur zwei Prozent. Kannst du es aus dem Film komplett rausnehmen, all das, die Alkohol trinken, nur glaube ich, wie Christian, da wird sich nichts dran ändern, vor allen Dingen, weil uns nach wie vor irgendwie Beispiele fehlen, die dann die Kinder in die Alkoholsucht treiben. Also klar, man sieht Hangover recht früh, nur auch da will man sich wirklich so besaufen, dass man von einem Ladyboy zuherakuliert wird. Ich glaube, als Project X rauskam, war der große Plan, ey, wie machen wir unser eigenes Project X. Aber das sind Filme für Jugendliche, da ist es mir fast egal, weil das sind Jugendliche. Aber da kannst du genauso sagen, die Kinder sehen die Filme für Jugendliche viel zu früh. Die kommen ja theoretisch auch nicht an Alkohol ran. Theoretisch. naja, es gibt keine Pflicht in Deutschland, Alkohol wegzuschließen oder sowas. Es gibt doch keine Pflicht, Filme wegzuschließen, die ab 16 Jahren freigegeben sind. Ja. Wie gesagt, das war nur mein Punkt, dass bei Kinderfilmen, entweder, ich bin auch nicht für komplette Verbote, das ist immer merkwürdig, aber zumindest, dass dort irgendwie, zumindest, ich weiß es auch nicht, vielleicht ist da ja auch eine Instanz, die darauf achtet. Kann ja sein. Naja. Gut. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Droge, oder? Alkohol haben wir. Wir haben noch ein paar. Es gibt noch ein paar hundert Stück. Ja, ich glaube, über Alkohol hätte sich eine eigene Folge gut angeboten. Aber gerne weiter. Wahrscheinlich, ja. Welche möchtest du als Nächste durchgehen? Wir kommen zur zweiten Droge, die ich konsumiere. Als Einziger, aber jetzt natürlich die Frage, ob das jemals auch der Fall war, an meine zwei Mitpodcaster. Habt ihr jemals eine Zigarette geraucht? Also, Benni? Das ist die andere Gefahr, wenn man hier in die Runde frickt. Nee, ich hab viermal in meinem Leben Zigarette geraucht. Einmal davon, als ich im Casino 30 Euro verloren hatte. Aus Frust. Aber Zigaretten schmecken scheiße. Mann, schmeckt selbst scheiße. Es kostet übelst viel Kohle. Also, ich würde sie nicht malig machen. Kann ich eh nicht. Du bist eh schon im Suchtmodus drin. Aber ich verstehe es nicht, Zigaretten zu hauen. Gut, jeder hat seine eigene Süchte, die wahrscheinlich andere nicht verstehen. Aber Zigaretten verstehe ich echt vorhin nicht. Es hat ja noch nicht mal irgendwie einen positiven Einfluss. Außer das Nikotin auf das Gehirn. Okay, aber. Ja, das kann man natürlich, ich verstehe es einfach nicht, kann man ja alles sagen, was sich irgendwie dem Rational entzieht, ja. Aber ich find's spannend, dass du irgendwie, ich weiß nicht, was dich mal auf den Gedanken gebracht hat, Marius, dass du der einzige Raucher bist, hier in der Runde. Also, bei mir zumindest unregelmäßig mal. Weil ich als Einziger sage, dass wir in den, also, für die Zuhörer ist, wir nehmen uns das Nachsitzende und die Kinotagestätten zusammen auf, machen dazwischen eine Pause. Und ich bin zumindest der Einzige, der gesagt hat, dass ich gerne rauche. Deswegen, das war so mein Gedanke. Und außerdem meine rauchige Stimme erklärt doch alles. Nein, zu mir ganz kurz. Ja, ich bin nikotinabhängig, aka Raucher. Seit ich 15 bin, rauche ich, also seit mittlerweile 11 Jahren. Angefangen auf der Klassenfahrt, ganz typisch. Ganz typisch vor allem. Ich glaube, Klassenfahrt, also, ungelogen, auf der Klassenfahrt hat drei Viertel unserer Klasse geraucht und getrunken. Da war es ja auch noch cool. Da war es cool. Und dann haben wir natürlich... Die Zahlen nehmen ab, glücklicherweise. Glücklicherweise, auf jeden Fall. Ich würde es auch keinen empfehlen. Sage aber natürlich trotzdem, um Bennys Frage zu beantworten, was macht Raucher für mich aus. Ganz davon abgesehen, dass es natürlich jetzt nicht zu spät ist. Natürlich nicht. Irgendwann werde ich mal wieder einen Versuch starten, aufzuhören. Aber, ähm, es hat natürlich einfach positive Auswirkungen, weil du dein Gehirn konditioniert hast, äh, mit der, mit der Zigarette sozusagen zu interagieren. Das heißt, du rauchst Situationen, äh, du rauchst in Situationen. Du rauchst nicht aus Jux und Dollerei oder sonst was, sondern wirklich bei mir sind es ganz klar Situationen. Wenn ich zu Hause bin und frei habe und irgendwie den ganzen Tag zocke oder sonst was, rauche ich vielleicht drei, vier Zigaretten am Tag. Wenn ich arbeite, oder wenn ich arbeite, ein halbes Päckchen, wenn ich feiere, sind es auch mal gut zwei Päckchen. Also das ist einfach so trainiert auf meinen, mein Kopf. Einfach Wartesituationen oder, äh, in Zusammenhang mit Alkohol wird es ultra schlimm, in Zusammenhang mit Alkohol, anderen Menschen und guten Themen. Katastrophe. Also wie viele gute und tolle Gespräche ich schon hatte mit Leuten in der Raucherecke bei Alkohol und Zigaretten, äh, das können glaube ich nur Raucher nachfühlen, weil alle anderen trauen sich nicht in diese Ecke. Ähm, das hat sich einfach, glaube ich, in meinem Gehirn so eingebrannt, dass das dann so konditioniert ist und sollte ich jemals aufhören, wird das auch mit Sicherheit die schlimmsten Situationen sein, äh, wo man dann aufhört. Ja, den Sozialisierungspunkt gebe ich dir auf jeden Fall, weil es gibt noch kein Äquivalent zur Raucherpause für normale Beschäftigte, die nicht rauchen. Dazu kommt natürlich natürlich, wenn der Gastronomie lange Zeit gearbeitet hat und immer noch ist ja quasi Tour, du bekommst nur Pause, wenn du Raucher bist. Aber es soll ja jetzt um Filme gehen, oder? Genau, deswegen, ich habe Filme quasi nie authentisch gesehen als Nichtraucher. Deswegen interessiert mich eure Meinung. Das, das, das würde mich auch interessieren, wie jemand, der, wie Benni eine totale Abnehmung hat gegen Zigaretten, rauchende Figuren wahrnimmt, aber ich würde erstmal grob anfangen, und zwar, als ich mir Gedanken überhaupt über das Thema der Folge gemacht habe, wie Drogen allgemein, da habe ich so zwei große Kategorien aufgemacht. Drogen als erzählerisches Mittel und als erzählerischer Zweck. Also, als Zweck heißt, es ist ein zentrales Element der Handlung, es geht um die Drogen, es geht um Drogenhandel, ums Drogengeschäft, was ist ich, und als erzählerisches Mittel würde ich jetzt sagen, es ist etwas, was Figuren charakterisiert und vielleicht auch in gewisser Weise vorantreibt in ihrer Entwicklung, wenn sie sich meinetwegen der Sucht zeitweise hingeben, wie in Rocketman oder Bohemian Rhapsody würde mir als Beispiel einfallen. Und wie Alkohol, finde ich, haben Zigaretten in Filmen, also der einzige Film, in dem es wirklich ums Rauchen an sich geht, der mir einfällt, wäre Thank You for Smoking, aber ansonsten sind Zigaretten in Filmen ein ästhetisches Mittel, um Figuren zu charakterisieren. Entweder es ist ein gewisses Stilbewusstsein, also was wäre der Hardboy Detective oder die Femme oder um eine bestimmte historische Epoche abzubilden, wie in der Serie Mad Men, wo es ja mit dem sehr exzessiven Genuss von Zigaretten so ein bisschen persifliert werden soll, wie viele Leute damals geraucht haben. Und da finde ich, ist gerade Zigaretten ein großes Unterscheidungsmerkmal zwischen Figuren, die rauchen und die nicht rauchen. Also die einen sind irgendwie so ein bisschen verrucht und so ein bisschen abseits der guten Moral und Figuren, die nicht Raucher sind, sind im Gegensatz zu denen automatisch gleich ein bisschen reiner vom moralischen Grad her. Würdet ihr mir da zustimmen? Ja, reiner, weiß ich nicht, Frühstück bei Tiffany's wird ja auch schön. Gut, es ist eher so, was raucht die da überhaupt? So eine kleine Zigarillo in so einem Stängel drin oder so, ist ja auch auf den Plakaten selbst drauf. Also es gibt dir schon recht, mir ist auch nur Thank you for smoking eingefallen und da geht es ja eigentlich auch eher, klar, es geht schon um Rauchen, aber eher um die Hintergründe und Werbung am Rauchen und wie man die Bevölkerung dazu bringt, Produkte wahrzunehmen. Das ist ja eher so die Story dahinter. Oder ansonsten bin ich auch bei dir, geht es eher so ein Device, um Charaktere darzustellen. Man erinnert sich nur an den Glorious Bastards, wenn die Monsieur Lapadit und der gute Hans Lander sich am Anfang ihre Pfeifen anstecken und Hans Lander halt dreimal so große Pfeife in der Hand hat und da schon mal zu zeigen, wer hat hier die dicksten Eier oder in Western, wenn sie sich da eine Zigarette anstecken oder halt Zigarren sind ja auch sehr beliebt der Familienoberhaupt oder dergleichen. Ja, das steht dann gleich für so eine Machtposition oder für so eine Männlichkeit, so eine Macho-Haftigkeit. Ich erinnere, da gibt es einen Boss-Level, der, ich glaube, in keiner einzigen Szene nicht eine Zigarre im Mund hat, meines Wissens nach. Ja, aber zu Frauen und Zigaretten habe ich auch was Interessantes rausgefunden bei der Recherche und zwar, wenn ich da mal kurz ausholen darf, bis so in die 20er Jahre hinein war Frauen, also wir reden jetzt über USA, war Rauchen bei Frauen total verpönt und ich glaube in einigen Regionen Staaten sogar verboten, die konnten ins Gefängnis kommen oder verurteilt werden, wenn sie geraucht haben in der Öffentlichkeit und dann gab es, dann kam erster Weltkrieg, die Frauen mussten an der Heimatfront arbeiten und so weiter und dann gab es da ein Public Relations Mastermind namens Edward Barney, das war der Neffe von Sigmund Freud tatsächlich und die Zigarettenlobby ist an den rangegangen und die sagten, hey, wie können wir auch Frauen zum Rauchen bringen, wollen unsere Absatzmarkt verdoppeln, vergrößern und der kam dann auf die Idee, Frauen durch New York ziehen zu lassen in so einer PR-Aktion-Demo mit den Torches of Freedom Zigaretten und dadurch wurde das zu so einem Symbol für Zigaretten, zum Symbol für weibliche Unabhängigkeit und Macht und Dominanz und seitdem ist das auch im Film total festgefahren, also ich erinnere da an Marla, Marla hieß sie, aus Fight Club, die in dem Moment, wo sich die Zigarette anzündet, auf einmal so eine sehr seltsame Dominanz ausstrahlt oder sehr selbstverständliche Dominanz ausstrahlt und das ist, wie ich finde, also es ist ja konditioniert für uns als Zuschauer, dass Frauen, die rauchen, automatisch eine gewisse Machtposition und Dominanz ausstrahlen. Wobei du das ja heutzutage gar nicht, also es zum einen gibt es ja auch Rauchverbote in diversen Ländern, aber auch in US-amerikanischen Filmen, ich weiß nicht, warum das der Grund da ist, allerdings in den letzten Jahren meine ich zumindest, dass da auch der Zigarettenkonsum erheblich zurückgegangen ist. Ja, weil es da entsprechende Einwände von Lobbyverbänden gab, von Nichtraucherlobbyverbänden, würde ich mal sagen. Dass die stärker sind als die Zigarettenlobbyverbände. Erstaunlich, ja. Aber die ganzen juristischen Klagen haben da, glaube ich, schon gezogen. Über Langzeitfolgen. Ich glaube, Christian mag einfach nur, wie ich, Frauen mit rauchigen Stimmen. Was schmecken euch Raucheren? Das ist doch das Ekligste, was man küssen kann, ganz ehrlich, ey. Da schüttelt es mich und nicht auf die gute Art und Weise. Das ist jetzt eine andere Frage. Mir ging es jetzt wirklich bloß um die Ästhetik im Film und das fand ich ein sehr eindrückliches Beispiel, wie wir einfach von Anfang an konditioniert werden darauf. Man kann ja Rauchen auch sehr ästhetisch und cool darstellen. Wenn der Rauch dann so weggeblasen wird, dann hat man auch so einen stillen Moment des Innehaltens. Und dann bist du noch und kringeln und so. Also, Zigaretten in Filmen halte ich für größtenteils, also bei Filmen für Erwachsenen, für unproblematisch halbwegs. Ich habe nur ein Problem damit, wenn das denn ein einziges Charaktererkennungsmerkmal ist. Also so, okay, ich will meine Figur cool darstellen lassen und ich bin im Jahr 2021. Ich gebe ihm eine Zigarette. Was der sonst macht, mir scheißegal, er hat eine Zigarette, das ist doch cool. Also das halte ich immer so für langweilig, für inspirationslos irgendwie den Charakter, weil er cool darstellen soll, eine Zigarette in die Hand zu drücken. Außerdem hassen ist glaube ich viele Raucher, ich bin eingeschlossen damit, coole Menschen rauchen zu sehen auf der Leinwand ständig, einfach weil man dann selber Bock hat alles zu rauchen und man in einem zweistelligen Kinofilm ist und das dann absolut nicht braucht. Also ich glaube, da gehen glaube ich die Raucher oder die rauchenden Personen auf der Leinwand gehen den Rauchern und mehr auf den Sack, wie wir den nicht rauchen. Soviel dazu, deswegen kann ich auch nicht Mad Men gucken. Genau, sonst bin ich wie gesagt immer noch bei Kinderfilmen, wo ich sage, nö, warum, blödsinnig. Aber das ist ja nun wirklich unzweifelhaft, dass schon seit Jahrzehnten in Kinderfilmen nicht mehr geraucht wird. Eben, ich verstehe nicht, was der Unterschied da ist, zu Alkohol ist. Sorry. Es bringt dich nicht um eine Zigaretteratoren, es bringt dich nicht um ein Bier zu trinken, es bringt dich um ständig zu rauchen, es bringt dich um ständig Alkohol zu trinken. Ich halte diese zwei Drogen vom Suchtpotenzial und vom Wirksamkeit, was passieren kann, für ebenwürdig. Naja, ich glaube in den letzten Jahren ist schon eine sehr starke soziale Bewegung, also wirklich komplett, also sowohl in Deutschland als auch in den USA passiert, dass Rauchen deutlich mehr stigmatisiert wird als Alkoholkonsum. Ja. Ob man zu Recht oder zu Unrecht will ich gar nicht aufmachen hier, das Thema, aber das ist auf jeden Fall Fakt. Ich meine, der letzte Kinderfilm, wo geraucht wird, der mir aufgefallen ist, war Dumbo, den ich nochmal von der Weile nachgeholt habe, wo irgendwie die Raben, glaube ich, oder so Zigaretten im Mund haben. Aber ansonsten ist das komplett abwesend. Und es stört ja auch keinen. Also keiner sitzt hier vor dem Fernseher, oh der ist so ein cooler Charakter, warum braucht der denn deine, zum Beispiel, ich kenne da bestimmt die Pate-Szene aus Zootopia, da hat sich auch keiner aufgeregt, warum hat der keine Zigarre in der Hand. Also es ist komplett obsolet, weil du es nicht brauchst. Und du brauchst, also warum brauchst du Alkohol, warum brauchst du Zigaretten im Kinderfilm, du kannst es einfach weglassen. Du kannst auch mit Zigaretten lustige Szenen machen. Macht man halt nicht mehr. Aber was sind denn jetzt die Beispiele? Mir fehlt da irgendwie. Es gibt es ja nicht mehr, brauche ich ja keine Beispiele. Früher, bei Alkohol gibt es die Beispiele ja auch nicht. Also ich weiß ja nicht. Also es ist ja nicht so, als wäre die Landschaft jetzt voll von Rauchenden und Alkohol Trinkenden im Kinderfilm. Und selbst die E-Zigarette wäre mir im Kinderfilm auch noch nicht wirklich untergekommen, als hätte ich das jetzt mal irgendwann gemerkt. Wobei die Leute, die E-Zigaretten rauchen, glaube ich eher so als Dummdödel dargestellt werden. Gibt es eigentlich noch Kaugummi-Zigaretten fällt mir gerade ein? Oder ist das mittlerweile auch schon völlig ausgemacht? Also es wäre absolut nicht in Ordnung, also wenn es die nicht mehr geben würde, ich glaube, kein Hahn wird danach grälen. Ja, aber ich meine, war das nicht so die Taktik der Raucher, der Zigarettenunternehmen quasi Kinder schon früh da ranzuführen? Also ich meine, ich kann mir auch noch, ich weiß auch noch, wie ich irgendwie früher auf dem Schulhof stand und dann hatten wir diese Kaugummi-Zigaretten oder keine Ahnung, man ist irgendwie, man ist in der Kälte irgendwo, steht irgendwo und man kriegt so Dampf oder das Kondensat kommt aus dem Mund und man tut so, guck mal, ich rauche. Also habt ihr das nicht gehabt? Doch, doch. Auf Jahrmärkten hatten wir das immer. Da gab es das. Das ist schon irgendwie prägend. Also es ist schon irgendwie von frühester Kindheit dann irgendwie mit einer gewissen Coolness verbunden, was glaube ich, ich glaube, das kommt sehr stark über US-amerikanisches Kino, angefangen von den 50ern oder noch früher. Ist halt auch ikonischer zu den Zigaretten im Mund zu haben, als halt ein Bierchen zu trinken. Ja, aber ein Whisky so zu schwenken ist auch schon ikonisch. Ja. Ja, aber da musst du auf die ganze Übersätze, aber da musst du, da musst du auch wieder eine gewisse Übersetzungsleistung liefern und da brauchst du eine gewisse Bewegung im Bild. Also was ist das jetzt für ein Getränk, was da ist, aber eine Zigarette ist ein eindeutiges Symbol irgendwie. Ja, für coole Menschen. Wie in diesem Podcast unterscheidet man die Coolen von den Uncoolen am Rauchen? Gut, ja, dazu, wie gesagt, ich finde es unnötig, wenn es nur zur coolen Darstellung geht. Sonst kann ich mich Christian eigentlich komplett anschließen. Wenn es zurzeit eine Epocheinordnung gilt, finde ich das okay, kann man machen. Ich meine, man will es ja realistisch zeigen oder möglichst authentisch zeigen, dann rauchen die Leute halt überall. War so mal. Neulich eine Doku gesehen über die ersten Olympischen Spiele in St. Louis, wo die Marathonläufer geraucht haben. Während des Marathons? Ja. Das gab doch auch irgendwie vor 60 Jahren, gab es doch die offiziellen Zigaretten zu den Olympischen Spielen. Oh, what time to be alive. Ja, heute darfst du nirgendwo mehr rauchen und ich als Raucher sagte, absolut richtig so. Ich rauche nicht meine Wunde. Also in Konstanz gibt es leider viel zu viele Kneipen, wo man noch rauchen darf. Ja, aber im Außenbereich. Nee, im Innenbereich. Ach, im Innenbereich. Ja, wenn sie klein genug sind, dann darf man das da ja. Aber warum nicht? Selbst eine, die eine Kellerkneipe ist und das ist halt, also das ist echt traurig. Da kannst du danach duschen und Wäsche waschen. Also es tut mir natürlich leid für dich, wenn es deine Lieblingskneipe ist, wo dann auch geraucht wird. Aber vielleicht geht es auch nur mir so, meistens wird in den Kneipen auch die beste Musik gespielt und ich fühle mich da halt natürlich pudelwohl in so eine richtig abgesiffte Greipe, wo die ganze Zeit Rockmusik gespielt wird und wo die Leute halt ein Bier nach dem nächsten kippen und dabei rauchen. Und da fühle ich mich halt am wohlsten und habe die besten Arme, ne? Aber natürlich, wenn du sagst, ey, ich will sowas auch, aber bitte ohne rauchen, das ist natürlich blöd. Aber ich finde es gut, wenn Raucher halt, also das ist wie, nee, jetzt wollte ich was sagen, nee, jetzt wollte ich was blödes sagen. Also, wie gesagt, wenn Raucher unter sich treffen und sich gegenseitig quasi anhusten, ist das doch vollkommen okay. Stimmt, nee, da fällt mir noch ein anderer Film ein, der heißt da tatsächlich direkt Smoke-Raucher unter sich, unter anderem mit Harvey Keitel. Da geht es auch sehr viel, da treffen sie sich, glaube ich, hauptsächlich in so einem Tabakshop oder sowas. Sehr schöner, atmosphärischer Film, aber ich weiß nicht mehr, worum es geht. Ja, es gibt auch noch Coffee und Cigarettes, da rauchen sie auch die ganze Zeit und labern eben auch über, aber stimmt. Stimmt, warum reden wir eigentlich über Drogen im Film, ohne über Kaffee zu reden, ja, oder über Tee, was soll das? Das ist wieder die Unterscheidung, was ist eine Droge, was ist keine Droge? Naja, Koffein, natürlich ist Koffein, wenn du jetzt rein vom Suchtpotenzial ausgehst, ist Koffein mit Sicherheit dabei. Auch ich habe die ein oder andere Kaffeeprobleme, wobei andere sich da mit Sicherheit noch steigern werden. Also manche Kollegen, die da zehn Krannen Kaffee trinken, aber es ist ja bei weitem nicht so gefährlich wie Alkohol oder Nikotin. Na, was aber Koffein macht genauso süchtig. Ich bin auch kaffeesüchtig. Ich brauche auch jeden Morgen meine drei Tassen Kaffee, um irgendwie halbwegs aktiv zu werden. Na gut, wahrscheinlich nicht ganz so viel, aber trotzdem genieße ich das, am Morgen meine drei Tassen Kaffee zu trinken. Aber das ist ja der Punkt im Umgang mit Drogen, Rauschmitteln, einfach Substanzen, die nicht nur dafür da sind, um dir Energie zuzuliefern für deinen körperlichen Haushalt, sondern um deinen Geisteszustand in gewisser Weise zu befördern. Ja, ich habe es rausgelassen, einfach weil die gesundheitlichen Folgen davon ... Ich wollte jetzt aber die Überleitung machen. Ach so, Entschuldigung. Ich wollte jetzt die Überleitung machen zur gesellschaftlichen Akzeptanz von einerseits Koffein und Tee, was ja so ... Na gut, Tee finde ich auch ein bisschen übertrieben. Aber Koffein und dann sind wir bei Alkohol. Ja, Alkohol und Nikotin. Und jetzt kommen wir zu wahrscheinlich Marihuana, wo ja so ein bisschen auch seit ein paar mehreren Jahren so der gesellschaftliche Umbruch auf globaler Ebene ist. Okay, wir akzeptieren das eher. Also nicht nur in Niederlande, sondern auch in den USA, wo immer mehr Länder den Verkauf und den Konsum von Marihuana legalisieren. Und hierzulande auch CBD groß im Kommen ist. Da hole ich die Folge direkt mal wieder an. Mich danke für diese wunderschöne Überleitung. Bitteschön. Und zwar mit der kritischen Frage, mit einer Bitte um eine sehr schnelle Beantwortung. Deswegen stelle ich die Frage auch sehr schnell. Habt ihr jemals Marihuana konsumiert? Und sollte Marihuana legalisiert werden? Ja. Wenn Zigaretten und Alkohol legal sind, muss auch Marihuana legalisiert werden? Ja, sehe ich genauso. Ich finde, das ist die wesentlich harmlosere Droge im Vergleich zu den beiden anderen. Jo, ich mache das auch so ein-, zweimal im Jahr und Festivals. Am Jahr oder am Tag? Im Jahr. Wenn jeden Tag ein Festival wäre. Ja, gut, dann wäre ich erstens pleite, zweitens tot. Ja, und sollte, wie ich auch finde, legalisiert werden, um die Entkriminalisierung davon voranzutreiben. Allerdings muss ich auch sagen, Leute, die ich kenne, die das konsumieren, machen das teilweise so offen und es entschert sich kein Mensch drum, dass es quasi schon halblegal ist irgendwie. Zumindest hier in der Stadt ist das irgendwie so. Kann sein, dass das im dörflichen Region noch mal anders ist, aber ... Ja, Benni hatte vor einer Dreiviertelstunde irgendwas zu Marihuana gesagt, nämlich, dass das sehr cool dargestellt wird in Filmen, glaube ich, ne? Also, ich weiß nicht, wann das kam, ob das jetzt tatsächlich erst mit den sogenannten Slacker-Filmen wie Ananas Express oder dergleichen entstanden ist, dass Marihuana so als coole und lustige Droge in Filmen wie Harold und Kuma alles von Chad Epithoff im Prinzip, was gibt's denn noch, 21, 22, Jump Street oder ... Half-Baked und So High. Der coole Dave Chappelle in seiner Filmrolle, ja, natürlich. Naja, hast du gar gefragt, ob es das nur seit jetzt gibt? Weil du hast natürlich die ganzen Filme aus der Hippie-Ära, die natürlich das auch gut darstellen. Das ist schon ... Wobei da auch andere Sachen dazu kommen, vielleicht noch ... Da hab ich wahrscheinlich nicht so häufig Filme geguckt wie heutzutage. Deswegen fällt's mir jetzt erst so in letzter Zeit auf, dass auch da die Filme, die es positiv darstellen, doch in meiner Wahrnehmung die Mehrheit darstellen. Und selbst Animationsfilme, Sausage-Party, wird auch schön gekifft und andere Sachen gemacht. Aber auch ... Das sind auch nicht viele Kinder. Sollte man meinen, aber wenn die Eltern aufs Cover gucken, ach, das ist so eine lustige Würstel, die sich unterhalten ... Oder du hast Filme wie Fifty-Fifty, wo es eigentlich um Krebs geht. Ich glaub, in jedem zweiten Film, behaupte ich jetzt einfach mal so frei heraus, wo jemand an Krebs erkrankt, wird dann auch mal Marihuana konsumiert und danach geht's den Leuten besser oder auch, wenn's um Krankheiten wie Parkinson geht. Und es soll ja auch helfen. Bitte? Mir fällt noch ziemlich beste Freunde ein, wo die ja dann auch mal ordentlich einen durchziehen oder mehrfach sogar. Und dann geht's denen total gut und die sind total happy. Beispielsweise. Oder du hast so Filme wie Midsommar, da hast du zumindest immerhin noch einen negativen Effekt. Aber in der Regel ist doch eher das Positive dargestellt, gerade in Komödien logischerweise natürlich. Aber so Filme wie Trainspotting, das sind dann eher noch schlimmere oder härtere Drogen, wo es dann negativ dargestellt wird. Aber so Gras ... Ist eigentlich eher cool. Die Schwelle, also wo ich's meistens sehe, ist irgendwie, dass das positiv dargestellt wird im Sinne von, wir nehmen danach noch härtere Sachen. Also das ist so ... Die Kritiker sagen ja auch, es ist ein Einstiegsroge, um dann das härtere Zeug zu nehmen. Klar, kann passieren. Aber so seh ich das auch manchmal in Filmen, dass das irgendwie ... Ja, das ist das lustige Zeug. Und dann kommen sozusagen die harten Drogentrips oder die Angstzustände kommen dann erst bei den härteren Sachen. Das ist so das Bindeglied irgendwie. Und es ist ja auch in der Realität so. Quasi, also was wir jetzt hatten, Alkohol und Nikotin, erlaubte Drogen, konsumieren einen Teil der Gesellschaft, dann härtere Drogen, konsumieren auch einen Teil der Gesellschaft, aber halt illegal. Marihuana ist zwar illegal, konsumieren aber dafür halt am meisten ... Also von den illegalen Drogen am meisten Menschen. Und so siehst du es auch im Film. Du hast die ganzen Filme schon aufgezählt, wo das irgendwie als lustiges Party-Element dient. Und so würde ich es auch größtenteils anerkennen. Wir sind wieder bei Filmen für Erwachsenen. Genau das ist es für mich. Es ist ein lustiges Party-Element. Es ist nichts für meinen Alltag. Es ist nichts für runterzukommen. Manche Leute werden das anders sehen, nehmen das vielleicht auch dafür, um runterzukommen. Aber für mich ist es so, ey, jemand hat was auf der Party dabei. Und dann kannst du dich entscheiden, jo oder nee. Zur Entspannung. Ja. Aber und so, wie gesagt, sehe ich das auch im Film und finde das okay. Ich finde das vollkommen okay, die aktuelle Darstellung. Weil es ist entweder vollkommen übertrieben, wie eben in den Filmen, aber es ist bei Weitem nicht so beiläufig. Also du hast keine ... Mir fällt jetzt kein Film ein, wo irgendjemand, ein ganz normaler Typ dort sitzt und einfach einen durchzieht. Sondern da kommt immer, ey, Alter, oder sowas. Oder irgendein Spruch. Aber nie beiläufig wie Alkohol oder Zigaretten. Oder? Es ist schon, glaube ich, inzwischen auch ein Film in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mir fällt jetzt partout nicht der Name des Films oder der Serie vielleicht ein, wo ich das zuletzt gesehen habe, wo es irgendeine New Yorker, ganz, also so eine Klischee-New Yorker-Wohnung, vielleicht sogar ein bisschen gehoben, wo dann auch irgendwie Marihuana konsumiert wird, geraucht wird auf der Party. Das wird da, glaube ich, schon sehr normal dargestellt. Aber das ist eben New York. Und New York ist ja einer der Stadt in den USA, wo das Zeug zumindest als medizinisches Mittel legal ist. Aber die Realität sieht ja so aus, dass im Prinzip jeder sich irgendwie beim Arzt eine Bescheinigung holen kann und das dann ordentlich im Shop einfach holen kann. Da gibt es ja die tolle South Park-Folge dazu, wo sich dann alle dicke Eier machen und man ins Marihuana kommt. Buffalo Soldier. Also, das würde ich sagen, also, ja, stimme ich dir zu, das ist im Prinzip, also in Kinderfilmen kommt das jetzt gar nicht vor und entweder kommt es halt, Slacker-Filme hattest du es genannt, Benni, den Begriff hatte ich schon mal irgendwo gehört, aber jetzt hängt er nochmal fest. Entweder da, aber das ist, glaube ich, eher so 90er oder diese Richtung hier mit, wie hieß er denn, Ananas Express, die ganzen James Franco und Seth Rogen. Genau. Den wird ja eh immer gekifft im Prinzip. Da ist es ja auch normal, aber wie Marius schon sagt, es wird schon noch irgendwie kurz angesprochen oder thematisiert. Oder auch bei Netflix jetzt neue Crashpad. wird auch mal eine Bong, ja, muss man nicht gesehen haben, will ich auch nicht näher drauf eingehen. Steht halt auch eine Bong auf dem Tisch, aber dann wird es halt angesprochen, dass da eine Bong steht. Eben, genau. Die steht nicht einfach nur da. Oder es sind halt Stereotype, die das dann zu sich nehmen. Aber Alkohol und Drogen, äh, Alkohol und Drogen, ja, genau. Alkohol und Zigaretten sind ja ein Film wirklich von ganz normalen Menschen. Also du hast, stellt euch mal, weiß ich nicht, ein Drama über eine Scheidung vor. Und da, die gehen jetzt auseinander und der Mann raucht und die Frau trinkt irgendwie ein Glas Wein. Kann man sich wunderbar vorstellen. Ähm, aber man kann sich nicht vorstellen, dass die Frau jetzt irgendwie sich einen Joint anzieht. Oder? Hm, doch. So als ganz normale Reaktion eines Menschen. Inzwischen könnte ich es mir schon vorstellen, ja. Macht sein Party mit ihren Mädels und, äh, Ja, genau. Das ist dann wieder Party mit denen. Aber es muss ja nicht mal Party sein. Das kann ja auch einfach in Zweisamkeit oder alleine zu Hause sein. Ja, muss nicht. Ich rede jetzt nur von der filmischen Darstellung, wie es hat man getan. Aber, ja, ja, The Big Lebowski zieht sich doch auch zu Hause den Joint rein. Ja, aber das ist aber auch, das ist aber auch der Typ, der nennt sich The Dude. Also, das ist, ist ja auch jetzt nicht irgendwie eine Figur aus der Mitte der Gesellschaft. So sehr ich ihn liebe und so sehr ich sein Leben ist die Feiere. Aber es ist, mir fällt es irgendwie, mir würde es schwerfallen, dass das nicht als merkwürdig anzusehen oder mich irgendwie aus dem Film rauszureißen. Obwohl ich dir natürlich recht geben würde, es wäre an der Zeit, gerade wenn es in den USA ja größtenteils legal ist, dass man solche Filme macht, wo dann einfach jemand abends auf der Wanne sitzt und der eine raucht einen und der andere kann dann halt auch seinen Joint rauchen. Warum nicht? Ich merke mit Marie sogar, dass die am Ende da einen Joint geraucht haben. Egal. Worauf ich dann noch hinaus wollte, nachdem wir jetzt Alkohol und Zigaretten als sehr ambivalente Drogen dargestellt haben oder gezeigt haben, dass die sehr unterschiedlich Figuren charakterisieren können, ist es ab Marihuana, sag ich mal, schon schon so weit, dass es sehr prototypisch ist. Also wer Marihuana im Film konsumiert, ist in der Regel ein sehr entspannter Typ oder eine sehr entspannte Typin. Und ich glaube, alles, was noch härter da drüber kommt, ist dann schon sehr klassisch und sehr stark mit was verbunden, was dann kommt. Oder willst du jetzt noch weiter über Marihuana reden? Ansonsten würde ich dann weitergehen. Nee. Ich würde halt nur, also ich habe auch gleiche Meinung zu Marihuana wie bei Alkohol und Zigaretten. Erwachsenenleuten traue ich zu, das zu Fraffen im Film, egal wie es dargestellt wird, und Kindern. Wenn es nicht nötig ist, warum sollte man das in Kinderfilmen zeigen? So weit, so gut. Du willst härtere Drogen? Ja, nee, ich meine, Marihuana sind entspannte Leute und dann geht es weiter. Beispiel Kokain. Kokain steht für mich im Film sehr stark für entweder eine gewisse Aggressivität oder Produktivität. The Wolf of Wall Street fällt mir da so spontan ein. Oder diverse andere Filme, die irgendwie in so einem Business-Milieu spielen, wo sich die Leute dann auf der Toilette eine Line reinziehen. Ich würde gerade sagen, das steht für mich für Party. Für Party, okay. Also für Leute, die ausschweifende Partys feiern und da muss dann natürlich Koks und Nutten dabei sein. Das ist für mich so. Also ich sehe selten ein Drama irgendwo, wo jemand abhängig dann ist von Kokain. Klar, natürlich haben die auch immer dramatische Einflüsse, aber für mich ist Kokain im Film, Achtung, jetzt stelle ich auch gar nicht mehr die Frage, ob wir irgendwas genommen haben oder sonst was, sondern im Film ist Kokain für mich die Partydroge, die Partydroge von Leuten, die sich es leisten können. Für mich ist es die Produktivitätsdroge. Ja, das kann auch vorkommen. Benni? Du hast ja auch hier das Beispiel einer Femme verteilt, zum Beispiel in Eiskalte Enge, wo sie auch so eine kleine, so eine Dose hat, wo man eigentlich meint, okay, das ist so ein schöner Anhänger und da drin befindet sich eben auch Kokain, wo es immer mal wieder gerne schnupft. Also auch das kann durchaus als Charakterisierungsmerkmal genommen werden. Nur ich finde, Kokain ist für mich eher so die Droge, wo häufiger mal die Hintergründe beleuchtet werden. Drogenkrieg, sei es jetzt Sicario mit Mexiko. Das hast du mit Alkohol, glaube ich, früher gehabt, Prohibition, mittlerweile eher nicht mehr und auch Scarface. Also da geht es dann eher so um die Hintergründe und wie schmuggelt man das ins Land, weil es halt noch illegal ist. Das ist ja lustig, weil das Original von Scarface war ja eben Prohibition und Alkohol und dann gab es in die 80er mit dem Scarface und Kokain. Stimmt, ja. So ändert sich die Zeit. Stimmt. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht, dass es meistens schon als Böse quasi dargestellt wird, einfach weil es im Drogendealer-Milieu spielt und im Drogenkampfmilieu und Krieg. Also es ist schon quasi durch das Setting gebrandet. Zu Recht natürlich. Also alle Drogen, die wir ab jetzt nennen, sind scheiße gefährlich und machen unfassbar süchtig und ich glaube, da haben wir keine zwei Meinungen, dass das irgendwie entkriminalisiert werden sollte oder sonst was. Seitdem springt ein. Keine Ahnung, ich habe es noch nie probiert, deswegen kann ich es nicht sagen. Ich habe es auch nie probiert. Ich habe es auch nie probiert, aber ich kenne Menschen, die es probiert haben und ja. Also bis 1930 hinein war das doch eine durchaus gängige Droge. Gut, Heroin war es auch und Opium war es auch bis zu der Zeit, aber also da war es ja irgendwie so ein normales Konsumgut, was man auch in der Medizin sehr gerne benutzt hat. Ja, also wenn wir dann von Hatter und Drogen ausgehen, die vielleicht noch irgendwie positiv dargestellt werden würden, ist für mich dann auch LSD ein Thema, was meistens dann mit irgendwelchen Fancy, bei mir tut schon der Hass wieder hochsteigen, wenn ich daran denke, an irgendwelche Fancy Drogenszenen und Tagträume und erstens das Wort, ich komme nicht drauf, Halluzinationen. Dargestellt wird. Das kann cool gemacht sein, aber in den meisten Fällen ist es Farben, toll. Was sagst du zur Pilzsequenz aus Tanishes D? Das kommt im Pilzkonsum, habe ich gehört, ziemlich nah. Das hast du gehört. Habe ich gehört von einem Freund, der den Film auch kennt. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau. Also allgemein würde ich sagen, dass LSD durch Filme, vielleicht kommt es auch nur bei mir an, weil ich mich für die Zeit interessiere, gerade durch Musiker-Biopics, wo irgendwie, gerade wenn du Musiker aus den 60er, 70er, 80er Jahren hast, die viel mit LSD zu tun hatten, dass das irgendwie immer als sehr positiv dargestellt wird, als Muse quasi. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass es nicht so war, dass die großen Rockmusiker nicht ihre guten Musik auf LSD geschrieben haben. In ganzen Hippie-Filmen kommt es sozusagen drin vor. Meistens wird ja auch der Absturz dargestellt, weiß ich schon. Aber LSD ist für mich die Inspirationsdroge quasi in Filmen. Also da kommen die coolen Bilder und da kann sich der Kameramann mal austesten mit den Schablonen. Ja, ich hatte mir jetzt auch nochmal Fear and Loathing in Las Vegas angeguckt und musste dem leider mein Urteil von vor 10, 15 Jahren deutlich revidieren. Damals fand ich den Film total cool und was für Bilder und so weiter und die Bilder sind immer noch relativ beeindruckend, aber ist schon nach einem relativ klaren Muster, wie glaube ich viele Drogenrausche dargestellt werden. Also sehr weitwinklige Kamera, die so wackelt oder schräg liegt und extrem intensive Farben. Ja, aber für LSD musste die Credits geben dafür, dass sie es quasi den Prototip erfunden haben, mit erfunden haben, würde ich sagen. Haben sie das? Das ist doch die typische Terry Gilliam-Bildsprache, die doch auch schon in Brasil und so weiter zum Anschluss kam. Ja, gut, da gibt es die Credits Terry Gilliam, und damit bin ich auch zufrieden. Ja, ja, aber wobei merke ich jetzt bei härteren Drogen, ne? Guck dir mal Climax an, Marius, mal gucken, ob du LSD da nach wie vor noch cool findest. Ist das LSD? Also ich meine, sie mischen LSD in den Alkohol, in den Punsch da rein. Okay, und das ist für mich so eigentlich einer der perfekten Drogenfilme, der, also der, den Rausch, den Drogenrausch selbst unfassbar intensiv einfängt, mit es geht, es geht sehr langsam los und dann steigert sich das immer mehr und dann auch der Absturz beziehungsweise der Kater am Morgen mit den erschreckenden Konsequenzen, die man erlebt, wird dort so grandios dargestellt. Für mich ist das so der perfekte Drogenrauschfilm. Ja, noch ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz zu Benni, weil du gerade gesagt hast, danach finde ich LSD nicht mehr so cool. Ich meine jetzt nur, wie es bei mir in der Wahrnehmung im Film dargestellt wird. Ja, das, sagen wir jetzt zu allem hier ein Disclaimer, wo wir einen dummen Spruch bringen. Ja, ich glaube nicht, dass du LSD im tatsächlichen Leben cool findest und wenn, dann wäre es mir ehrlich gesagt auch egal, muss ich das selber wissen. Ich finde es interessant, also an sich aus historischer Sicht, dass halt, weil ich halt die Musik dieser Zeit großartig finde und die haben halt LSD als große Inspirationsquelle genutzt. Deswegen finde ich diese Droge sehr interessant. Das kann man so sagen. Ja, kommen wir doch noch zu, ich glaube, es macht gar keinen so großen Unterschied mehr, was für Drogen wir ansprechen. Ich will die Folge nicht beenden, bevor wir nicht über meinen Lieblingsfilm, der sich mit Drogen beschäftigt. Es handelt sich um Heroin, genau, nämlich Requiem for a Dream von Darren Aronofsky, der sowohl einerseits den Absturz von Heroin suchte als auch gleichzeitig, und das finde ich das Geniale in dem Film, Absturz auf Medikamentensucht, weil auch da sind natürlich berauschende Mittel drin. Ich meine, man muss nur mal an Morphium denken, dass man sich dann gerne als Schmerzpatient mal reinspritzt. Und der Film hat eben auch eine sehr interessante, eingängige und auch behaltsame Ästhetik, wenn er immer mal wieder ganz nah ins Auge ranzoomt, das sich dann erweitert, sobald man sich die Drogeninitierung gibt, den Schuss, den goldenen Schuss. Und während alles am Anfang noch so cool ist, sie laufen durch die Stadt und ja, neben halt Heroin und am Schluss ist die Hölle auf Erden und man ist so deprimiert, dass man den Film vielleicht nicht wiedersehen will, aber ich muss sagen, den sollte man doch einmal in seinem Leben mal gesehen haben. ist dann wahrscheinlich auch wie ein Heroin-Trip, dass es dir halt super, super gut geht und alles ist toll, wenn du halt den Schuss hast, aber sobald die Wirkung nachlässt, hast du halt, fährt das ja ins Gegenteil über. Dann kommen die Angstzustände, da kommt die, die großen Nebenwirkungen für den Heroin und du brauchst sozusagen den Schuss nochmal, damit du wieder in das, in den guten Zustand kommst und das ist ja die große, große Gefahr von Heroin, dass du dadurch gestützt wirst, dass du nicht mehr ohne leben kannst, weil du komplett zugrunde gehst, sobald du es nicht mehr nimmst. Ein guter Vergleich und ja, durchaus, ich meine, der ist ja auch in drei Kapitel gegliedert, Sommer, Herbst und Winter. Ja, und so ist es eben auch. Im Sommer ist noch alles schön und dann geht es halt bergab. Man kann ein bisschen sagen, am Ende ist es sehr übertrieben, was dargestellt wird, aber ich glaube, oder kann mir auch gut vorstellen, im Drogenmilieu, wenn man zu tief reingerät, dann auch noch Geldsorgen hat und noch eine Sucht währenddessen gleichzeitig, ist es dann durchaus schwierig. Ich gebe dir absolut recht. Heroin ist für mich auch die Droge, ein Film wird dir als das Schrecken quasi dargestellt, also als das, wenn du das nimmst, dann bist du quasi schon tot. Das ist für mich auch die Droge. Also ich kann mich an keine Situation, an keinen Film erinnern, wo das irgendwie mal als rein positiv dargestellt würde. Ja, rein positiv nicht, aber Trainspotting hat er schon so einen Kultfaktor bekommen. Okay, da hat der Filmkultfaktor, ja, wegen Look und Feeling und so. Ja, aber auch eher, wie er da den Rausch darstellt, aber da wird die Droge auch nicht heroisiert, würde ich gerade sagen. Eigentlich nicht, nur es wird irgendwie so. Heroin heroisiert. Sehr schön. Es ist, also Trainspotting ist bei Drogen das, was für den einen oder anderen, der beim Bund war, Full Metal Shacket ist. Nämlich eigentlich wird der Krieg extrem schlimm dargestellt und auch die Ausbildung, hier auch die Drogen, aber irgendwie überhöht man es trotzdem und sieht es so ein bisschen als Kultfilm und als positive. Ja, gut, wenn du selber im Milieu bist, dann hast du vielleicht auch ganz andere Probleme, als den Film jetzt falsch einzuordnen. Genauso, wie wenn du Krieg geil findest, dann hast du vielleicht auch andere Probleme. Ja, aber für mich würde ich trotzdem allgemein sagen, das ist wirklich die Droge, wo die Hollywood irgendwie so als schlimmstes gebranntmarkt hat. Auch hier in Deutschland mit sowas wie Christiane F. Ist ja, glaube ich, auch Heroin. Ja, ne? Ja. Also bei allen anderen Drogen würde ich tatsächlich, da fallen mir Beispiele ein, wo es irgendwie zumindest größtenteils im Film positiv dargestellt wird oder als Party-Droge. Heroin ist wirklich dieses klassische irgendwo im tiefsten Molloch des Hauptbahnhofs in Düsseldorf spritzt sich irgendjemand herunterkommen, das ist den letzten Schuss. So, das ist mein Kopf-Heroin. Hat natürlich auch gute Wirkung, dass es halt so schlimm überall dargestellt wird, dass keiner, selbst Leute, die ich kenne, die irgendwie großartig Drogen ausprobiert haben, nicht Heroin ausprobiert haben, weil das so im Kopf, glaube ich, der kollektiven Gesellschaft ist, dass es das Schlimmste ist. Ob es das Schlimmste ist, weiß ich gar nicht. So die Spritzenarm zu drücken und davor noch zuzubinden, das ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ein Film immer negativ dargestellt wurde oder weil die Ästhetik dahinter einfach nicht positiv darzustellen ist. Ich hab ein positives Beispiel. Oh, jetzt bin ich jetzt aber... Pulp Fiction. Pulp Fiction wird doch nicht positiv dargestellt. Also, wenn sich John Travolta den ersten Schuss setzt und dann zu cooler Musik, groovy Musik durch die Straßen fährt, kannst du mir nicht sagen, dass das nicht positiv dargestellt ist. Das hat schon eine gewisse Coolenz. Ja gut, wenn man den Film da abbricht, gebe ich dir recht, ja. Nee, aber Christian hat recht. Wenn man das dann mit Kokain verwechselt, dann ist man auch ein bisschen selber schuld, also... Nee, absolut. Du hast recht. Ich hab ja nachgefragt, auch wo es nur in Sequenzen gut dargestellt wird oder größtenteils im Film. Ja, doch. Doch, hast recht. Tarantino, Respekt mal wieder. Ich möchte auf eine Droge noch eingehen, die hier noch fehlt. Crystal Meth. Was für mich auch lange Zeit so eine Droge war, bis eine gewisse Serie kam, die ich nicht so gut leiden kann tatsächlich. Nämlich Breaking Bad. Was? Seitdem ist das für mich auch so eine Kult-Serie, und dann ist das jetzt irgendwie auch so eine Kult-Droge dazu geworden, die dadurch vielleicht auch so ein bisschen Schrecken verliert. Ich stell's mal so in die Runde und ihr diskutiert, ich trinke mein Bier. Also, es ist schon lange her, dass ich Breaking Bad komplett gesehen habe. Ich meine aber, mich zu erinnern, dass, klar, auch da ist es wieder wie bei Scarface, wie bei Birds of Passage, wie bei Blower, in dem Fall in Serie, über das Herstellen und Handeln von Drogen, das steht dabei im Vordergrund. Aber meines Wissens nach werden auch immer mal wieder die Konsequenzen davon gezeigt, was die Konsumenten betrifft oder Konsumentinnen betrifft. Und insofern, also ich hatte nach Breaking Bad zu, oder während Breaking Bad zu keiner einzigen Zeit das Bedürfnis, mir Crystal Meth zu nehmen, was vielleicht auch daran liegt, dass eben der Entstehungsprozess dieser Droge gezeigt wird. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der Reiz für manche Menschen darin bestehen könnte, sich etwas zu inhalieren, was komplett aus Chemikalien besteht. Manche Leute sind süchtig nach Nasenspray. Ja, aber es ist ja die Frage, sind Leute, die, ich weiß nicht, wenn jemand Crystal Meth süchtig ist, aber tatsächlich weiß, oder ursprünglich, als er es das erste Mal probiert hat, weiß, wie das Zeug hergestellt wird. Also dadurch, dass das dieses kristalline Äußere hat, könntest du es ja noch irgendwie organisch anmuten. Aber das Zeug kommt halt komplett aus dem Labor. Und insofern hat mir das da komplett, also komplett verhagelt, diese Droge nicht, dass ich jemals irgendwie das Bedürfnis gehabt hätte, sie auszuprobieren. Das ist das Schlimme daran. Also damit hätte ich jetzt kein Problem, ob das jetzt chemisch hergestellt ist oder der Natur erwachsen ist. Das ist irgendwie so für mich so die absolute Grenze zwischen Sachen, die aus der Natur kommen und die noch einen gewissen natürlichen Faktor haben, was berauschend ist und dem, was in einem Chemielabor produziert, wurde einfach nur, um zu berauschen. Aber da gebe ich Christian tatsächlich recht. Also das war unser Motto schon als Jugendliche. Nur pflanzliche Sachen. Keine chemischen Sachen. Das freut mich für euch, ob das jetzt so positiv ist, da war dahingestellt. Ich meine, im Chemielabor kann man natürlich auch kontrollieren, was reinkommt. Kann man ja genauso sagen. Auf der Plantage nicht. Kommen nur die besten, die besten Stoffe in meinen Crystal Meth rein. Man kann natürlich dosieren von den einzelnen Komponenten. Ja, ich mache hier Werbung für Crystal Meth. Ich habe hier einiges zum Verkaufen. Kann man natürlich vielleicht die Wirkung anpassen. Das wird für's Krampf, die Unze. Du kriegst schon mal nix. Oh. Diskriminierung. Du musst erst mal wieder neues kochen. Mein letzter Weven ist abgefackelt. Aber es soll ja auch nicht um Breaking Bad gehen. Also im Film ist mir Crystal Meth nicht die Drohung, wo man dann ganz lange wach auch bleiben kann. Dann war das wieder was anderes. Da kenne ich mich schon gar nicht mehr so aus. Ja, ich glaube, das ist meines Wissens auch sehr aufputschend. Ja. Gut. Aber, aber, ja, ich würde nicht sagen, die Serie ist kultig, die Figuren sind kultig und die Droge ist in gewisser Weise auch kultig, aber sie wird nicht positiv dargestellt. Nee, das natürlich nicht, aber durch den Kultfaktor der Serie könnte der Konsum zugenommen haben. Ich habe keine Statistik dazu, aber gerade in den USA traue ich es zu. Ähm, so, jetzt wollte ich noch fragen, ob ihr irgendeine Droge noch vergessen habt, ob eure Lieblingsdroge noch irgendwie einen Platz hier finden soll. Nö, Medikamenten hatte ich ja schon kurz und knapp angesprochen. Sehr gefährliche Droge. Ja, Christian hatte seinen Kaffee drin. Ja gut, es gibt ja noch, ich meine, Speed haben wir jetzt auch noch nicht. Ja, aber da kommen wir, also bei den harten Drohungen, glaube ich, sind wir uns alle einer Meinung, egal was für eine Wirkung die haben und die kultigsten haben wir ja so gut wie durch. Steroide habe ich vielleicht noch bei Pain and Gain. Ja, stimmt. Irgendein Sportler-Drama vielleicht noch, ja, ja, ja. Ja, ich meine, ja gut, bei Speed, der schöne Film Spun, der auch ziemlich abgefahren ist und ich glaube, den Trockenkonsum auch mehr oder weniger eins zu eins wiedergibt, wie man ihn sich so vorstellt. Oder Speed, der Film. Gut, jetzt wird es aber auch quatschig hier. Wir würden sagen, ich würde sagen, wir beenden die Folge, aber vorher noch zwei Sachen. Eine davon hat mit Benjamin zu tun, denn er erzählt uns, was die nächsten zwei Wochen auf uns zukommt. In der nächsten Woche dürfen sich Marius und Christian etwas streiten und in der übernächsten Woche lautet das Thema. Trinken wir dabei auch, Christian? Können wir gerne machen, ja. Yay. Solange ihr dann zur richtigen Folge wieder nüchtern seid, weil da geht es dann in zwei Wochen in Folge Nummer 66 um Filme, die eine gute Idee haben, aber eine schlechte Umsetzung. Freut euch drauf. Klingt gut. Dann habe ich noch zu sagen, dass ihr uns gerne auf Twitter folgen könnt und zwar unter atkinotagesstätte. Unsere Folgen gibt es auch auf unserer Website. Dort gibt es auch noch viele andere Informationen und ein Potpourri an Dingen zu entdecken. Auf jeden Tag ist stätte.com. Wir sind auch auf Letterboxd, das wird auch irgendwann aktualisiert und ihr könnt uns noch eine Bewertung da lassen bei iTunes. War es vergessen? Milch trinken. Milch trinken. Trinkt mehr Milch, trinkt Wasser, viel Wasser ist wichtig. Ist das jetzt Werbung für den Milchlobby oder was? Das sind sowieso die größten Schweine. Das war jetzt eher eine Anspielung auf Clockwork Orange. Stimmt. Oh ja. Den gucke ich mir jetzt auch nochmal an. Gut. Ich bedanke mich bei Christian, ich bedanke mich bei Benjamin für diese lustreiche Folge. Kurzer Zwischenstand. Christian, was haben wir so die Folge jetzt getrunken? ein kleines Bier, ein Miniseck, einen kurzen und ein halbes Glas Witzki. Ich habe zweieinhalb Bier und meine zwei Usos sind auch irgendwie, irgendwie, irgendwie weggeflogen. Verschwunden? Verdampft? Ich habe drei Löffel verdrückt. Von was erfahrt ihr niemals? Bis dann. Ciao. Bussi. Don't get high on your own supply. Haltet die Klappe! Klappe halten! Ihr sollt die Klappe halten! Klappe halten! Sangria, wir machen aus jedem Nein an Dafür stehe ich mit meinem Namen.